Am Beginn der modernen deutschen Geschichte liegen 25 unruhige Jahre. Liegen, heute rückblickend, da wir es mit Dokumenten und Bildern zu tun haben, mag man dies Wort wohl gebrauchen. Einmal aber war das Wirklichkeit, was wir heute ruhig erzählen, und kam jedes dieser Jahre im Ernst ins Land. Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden und das Neue öffnet sich mit Mord. Wie Schiller die Jahrhundertwende kommentierte. Zwar die meisten deutschen Untertanen haben wohl auch damals gesät und geerntet wie eh und je und nur gelegentlich vom Fluge aufgeblickt, wenn ein Nachbar ihnen mitteilte, sie seien nun nicht mehr Fürstenberger, sondern Badener, oder es sei der Kaiser Napoleon mit einer Armee dergleichen noch nie gesehen wurde, nach Russland aufgebrochen. Die jungen Vornehmen machten ihre große Tour, ihre Erziehungsreise nach Frankreich und Italien, so als ob Frieden wäre. Nur wenige wurden in jener Zeit von den politischen Ereignissen ganz erfasst. Die große Mehrheit nur in gewissen Aspekten ihres Lebens. Durch erzwungenen Militärdienst, durch Veränderungen des Wirtschaftslebens, Blockade, Inflation, durch die Entstehung neuer Gewerbszweige. Tief aber war die Unruhe, gründlich die Umwälzung. Auch fehlte es der Nation während dieses Vierteljahrhunderts nicht an lebendigem Drang. Im Gebiete des Geistes, der Philosophie, der Literatur und Dichtung hat sie eine solche Fülle von Genie und Talent nie vorher und nie nachher besessen. Trotzdem war Deutschland während der großen Staatenkrise der Revolutions- und Napoleon-Zeit wesentlich passiv. Es sah Nachbarvölker, Franzosen und Briten einen Zweikampf mit beispielloser Energie und Bösartigkeit jahrzehntelang auskämpfen und musste selber einen guten Teil der Kosten bezahlen, die es nichts hätten angehen sollen. Die Dinge geschahen ihm, wurden ihm von außen angetan. Es machte sie nicht. Es passte sich ihnen an. Nicht ohne Sinn fürs Konstruktive in Süddeutschland, nicht ohne schöpferische Größe in Preußen nach 1807, nicht ohne diplomatische Eleganz in Österreich. Aber es passte sich doch nur an, freiwillig oder unfreiwillig, dem, was anderswo großartig geschah und getan wurde. Die französische Revolution war heiß, die deutsche kalt. Es wurden Traditionen eingestampft, Staatsgrenzen, Rechte, lebendige Menschen durcheinander gewirbelt, aber so, als ob es sich um bloße Kabinettsaktionen im Stil des 18. Jahrhunderts handelte. Keine Volksversammlungen hier, keine Bastillenstürme, auch keine Guillotinen. Der Sturm blies anderswo. Deutschland bekam nur seine Auswirkung zu spüren. Folglich haben die Deutschen auf die große Veränderung ihrer staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, welche zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattfand, später nicht gern, nicht mit Stolz zurückgeblickt. Es schien ihnen eine Zeit der Schmach, in der diese gleichwohl bleibenden, gleichwohl fruchtbaren Dinge stattfanden. Aktiv gegen Frankreich wurden sie erst während des letzten Aktes des langen Revolutionsdramas, 1813. Eine wirklich großartige Rolle, vergleichbar der englischen, der russischen, haben sie aber auch dann nicht gespielt. Die Befreiungskriege waren deutscherseits eine achtbare Sache, aber nicht die Volkserhebung, zu welcher schon die Zeitgenössische, erst recht die spätere Fantasie sie machen wollte. Es ist nicht 1813-14, dass Deutschland für seine Passivität während des Napoleon-Dramas Rache nahm. Die wahre Reaktion auf diese Erfahrung kam später, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Die Seele eines Volkes mag alte, unerfreuliche Erinnerungen mit sich herumtragen, mag Wunder was aus ihnen machen und aggressive Energien aus ihnen ziehen, so wie es die Psychologen von der Seele des Einzelnen wären. Deutschland und die Französische Revolution Die Ereignisse, die seit dem Frühjahr 1789 das Französische Königreich zu beunruhigen anfingen, wurden auch östlich des Rheines mit stärkstem Interesse verfolgt. Seit dem Herbst nannte man sie die Revolution in Frankreich. Ein Name, welcher dieser wunderlichen Ereignisfolge dann blieb und unter dem wir noch heute gar manches in sich tief Verschiedenes zusammenfassen. Ursprünglich hatte wohl niemand an eine Revolution gedacht. Das, worauf Frankreichs Regenten hinaus wollten, war eine Erneuerung hilfreicher ständischer Institutionen. Keiner der gewählten Ständevertreter dachte, als er nach Versailles kam, an gewaltsamen Umsturz. Gar bald aber erfuhr die Welt von dem noch nie Dagewesenen, von der Verwandlung der drei Ständeversammlungen in eine einzige Nationalversammlung, dem Aufstand der Stadt Paris, dem unfreiwilligen Übersiedeln des Königs aus seinem ländlichen Fehlenschloss ins Zentrum der unheimlich gewordenen, demokratisch wimmelnden Hauptstadt, von den großen, begeisterten oder notgedrungenen Verzichtleistungen der beiden bevorzugten Stände, Kirche und Adel. Dann wurde es ruhiger. Eine Zeit lang schien es, als würde das Werk gelingen, in der alten, geschichtsbeladenen Welt einen nach großem Plan durchorganisierten Verfassungsstaat neben den jüngst in der Neuen gegründeten treten zu lassen, den Nationalstaat, ein- und unteilbar, vernünftig gegliedert in kleine Verwaltungseinheiten, Gleichheit aller vor dem Gesetz und keine Willkür darüber, der König, ein erblicher Staatspräsident, durch seine Minister regierend und diese der Volksvertretung verantwortlich, die Kirche eine abhängige Staatsanstalt, jeder nach seinem Vermögen zur Deckung der Staatsausgaben herangezogen, alle Karrieren allen eröffnet, die Außenpolitik friedlich, wie sollte der andere Völkerknechten wollen, der einen so hohen Begriff von der Würde des Eigenen hatte, das Wort, die Wissenschaft, der Glaube frei und alles durchweht vom Geister Bürgertugend und Nächstenliebe. Aber gerade die vom stärksten Enthusiasmus getragenen Unternehmungen misslingen dem Menschen nur zu leicht. Die Idee wird verhunzt von jenen, die sie vertreten und die selber keine Ideen, sondern Wesen aus Fleisch und Blut und Selbstsucht sind. Das übertriebene, maßlose ruft Reaktionen hervor, gegen die es seinerseits reagiert und so noch maßloser, noch wütender wird. Aus dem Gegeneinander vieler unreiner, wetterwendischer Willen entstehen uns die unvorhersagbarsten Situationen. So in Frankreich zu Beginn der 1790er Jahre. Aus den Winden, die hierhin und dorthin bliesen, wurde ein Wirbelsturm, der Menschen und Dinge zerstörte. Glaubensloses Mittun und heimlicher, tückischer Widerstand der alten Autorität beschleunigten den Umsturz. Die gewaltigsten Politiker verbrauchten sich rasch. Unerfahrene Theoretiker übten sich am schwierigsten, was es geben kann, am Spiel mit der Macht in revolutionären Zeiten. Immer schroffer, immer herausfordernder wurde der Doktrinarismus derer, die in Paris am lautesten sprachen. Nach zweieinhalb Jahren saß noch immer der König auf seinem Thron, eine Gefangene, passiv hin- und hergerissene, nach Hilfe von jenseits der Grenze schielende und sie dennoch fürchtende Jammerfigur. An der Macht war nun eine Partei, die offen den Krieg mit dem alten Europa erstrebte. Von einem internen französischen Vorgang war die Revolution längst zu einem Abenteuer geworden, an welchem das übrige Europa teilnehmen musste. Ganz sicher das Volk, das neben dem französischen und in gewissen Gebieten, im Elsass, in Lothringen, mit dem französischen lebte. Die revolutionäre Doktrin, so wie sie sich bis zum Jahre 1792 entwickelt hatte, war eine Kriegserklärung an das ganze alte Europa. An seine Monarchen, seine privilegierten Stände, seine Kirchen, seine Staaten selbst, insofern es durch den Zufall der Geschichte gemachte, durch Dynastien zusammengehaltene, barocke Gebilde, nicht aber republikanische Nationalstaaten waren. Die innere Einheit Europas hat sich damals und seitdem immer wieder gezeigt. Es war unmöglich, dass die Dynamik der demokratischen Revolution Halt machen würde vor papierenen Grenzen. Ungezählte freiwillige Propagandisten sorgten dafür, dass sie es nicht tat. Auch fehlte es nicht an wechselseitigen Herausforderungen, der geduldeten Tätigkeit französischer Emigranten auf deutschem Boden, der Konfiskation deutschen Besitzes auf französischem. So wurde denn die Revolution zum Krieg, den schließlich beide Seiten wollten, die Machthaber Frankreichs und das alte Europa. Ein großer Krieg aber, wenn er einmal da ist, folgt seinem eigenen Gesetz, wird vom Mittel alsbald zum Zweck, zum alles Beherrschenden, auf alle seine Teilhaber verändern zurückwirkenden Wesen. Das Verblüffende geschah nun. Frankreich siegte. Eine aus altem königlichen Militär und revolutionären Freiwilligen zusammengesetzte Armee drängte Preußen und Österreicher zurück. Darauf gingen die Franzosen zum Angriff über. Nach wenigen Monaten beherrschten sie das Rheinland und Belgien. Kriegserklärungen an England, Spanien, Holland folgten nach. Zugleich richtete der Nationalkonvent der Franzosen einen Aufruf an die Völker der Erde, sich gegen ihre Beherrscher zu erheben, für welchen Fall sie französischer Hilfe versichert wurden. Siege, die weit über alles Erwartete hinausgingen, machten die Revolutionsregenten kühn zu neuen Annexionen. Niederlagen, die nicht ausblieben, überstürzten die Entwicklung im Inneren. Krieg und Bürgerkrieg vermischten sich. Französische Bauern verbündeten sich mit dem König von Großbritannien. Französische Städte wurden auf Befehl der Pariser Machthaber in Schutt und Asche gelegt. Zur selben Zeit vollbrachte das so blutende, brennende Land die ungeheuersten Anstrengungen nach außen. Unter der Diktatur eines Ausschusses des öffentlichen Heils hielt Frankreich das verbündete Europa in Schach. Die deutschen Kleinpotentaten, Kirchenfürsten und weltliche Herren wirbelten ausgeplündert ins Innere des Reiches. Mählich wurde der deutschen Nation bewusst, dass hier sich etwas abspielte, das wenigstens nach seiner zerstörenden Seite nicht mehr rückgängig zu machen und dass man selber, wohl oder übel, zum Mitspieler geworden war. Die Intelligenz, die sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten herangebildet hatte, Gelehrte, Dichter und Schriftsteller, sah ihre Fähigkeit, Erfahrenes geistig zu assimilieren, vor eine schwere Probe gestellt. Zu Urteilen waren sie sich selber und ihrem Publikum schuldig, aber das, worüber es zu Urteilen galt, war selber nicht fixiert, sondern immer sich wandelnd, immer tollere Überraschungen und Enttäuschungen bereitend. Unter den Alten, Gereiften, hielt am treuesten Immanuel Kant in Königsberg bei seinem Glauben an die Republik als der einzig wahren Staatsform aus. In einem Artikel, den er »Über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis« überschrieb, erklärte er, dass die rechte Theorie, recht angewandt, ganz sicher auch für die Praxis tauge. War die Republik, die Bestimmung seines Schicksals durch das Staatsvolk selber, theoretisch gut, so mußte sie es auch praktisch sein. Enttäuschende Erfahrungen bewiesen da nichts, außer, dass man es eben falsch angefangen hatte. Es kann, so hatte er schon früher geschrieben, nichts Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres geben, als die pöbelhafte Berufung auf die Erfahrung, denn die traurigen Erfahrungen würden gar nicht existieren, wenn man sich bei Zeiten nach der wahren Theorie verhalten und nicht rohe Begriffe, eben weil sie aus der Erfahrung geschöpft wurden, alles vereitelt hätten. Was ihn an der Revolution interessierte, so betonte er jetzt, seien nicht die Taten der Führer, sondern der Idealismus der Massen. Durch ihn sei trotz allem bewiesen worden, dass ein Drang zum Guten im Menschen lebe. Oder wie war es anders zu erklären, dass hunderttausende junger Franzosen sich für Freiheit und Gleichheit begeistert und geopfert hatten. Dagegen wogen einzelne Missetaten nicht viel. Auch unter anderen Regierungsformen gab es schlechte Menschen, nicht aber den Patriotismus, den die Franzosen im Revolutionskrieg bewiesen. So Kant. Andere waren vorsichtiger, bloße interessierte Zuschauer von Anfang an, Wieland, Goethe, oder wandten sich mit Verachtung ab, nachdem die ersten Wellen demokratischen Terrors über Paris geschlagen waren. Die jungen, ungefestigten, wurden überwältigt von dem, was die Zeitungen brachten. Sie gingen der Revolution nach, bis Paris, wie Friedrich Georg Forster, der eben dort tief enttäuscht und traurig verstarb. Oder die Revolution kam zu ihnen ins Rheinland, wie zu Josef Görres nach Koblenz, da über den Zusammenbruch des alten Herrschaftssystems gellende Rufe des Jubels und Hohens ausstieß. Es seien zu verkaufen, so annoncierte er in seiner Zeitschrift dem Roten Blatt, drei Kurkappen von fein gegerbtem Büffelsfell. Die dazugehörigen Krummstäbe sind inwendig mit Blei ausgegossen, mit Dolchen versehen, auswendig, mit künstlichen Schlangen umwunden. Das oben befindliche Auge Gottes ist blind. Zwei Bischofsmützen, reich mit Rauschgold verbrämt, etwas von Angstschweiß durchzogen, sonst aber gut konserviert, daher sehr brauchbar als rote Mützen auf Freiheitsbäumen. Ein Herzogshut aus Hasenfell, mit Hahnenfedern geziert, statt des Kopfs mit einem schönen Steine, den ein geschickter Alchemist einst aus den gesammelten Tränen von zehntausend Witwen und Waisen destilliert, besetzt. Eine ganze Scheune von Adelsdiplomen auf Eselsfell geschrieben, aber hier und da stark von Motten zerfressen und von einem etwas wunderlichen Modergeruche durchzogen. Wer selbst nur von Weitem zusah, wie der Theologiestudent Hegel in Tübingen, der Anfänger im Staatsdienst, Friedrich Gens in Berlin, wurde doch von dieser frühen Erfahrung ein für allemal gezeichnet, bereichert, belastet. Sie und andere, die wir noch nennen werden oder nicht nennen können, weil es ihrer zu viele sind. Ob sie von Anhängern zu Gegnern der Revolution und zu Konservativen wurden, von Weltbürgern zu Nationalisten, ob sie in den Turm einer apolitischen Philosophie flohen oder über allen Gegensätzen der Zeit kunstvoll ausgedachte, versöhnende Stellungen bezogen, ganz fort kamen sie nie mehr von dem, was am Beginn ihres geschichtlichen Lehrganges gestanden hatte. Das hatten sie erlebt, das fuhren sie fort zu erleben, das gab ihnen Denkstoff ihr Leben lang. Und was für sie gilt, die in den 1790er Jahren junge Leute waren, gilt wohl auch für die Nation als Ganzes. Auch Deutschland war in gewissem Sinn jung damals, bildsam, eindrucksfähig. Den deutschen Dingen wie dem deutschen Denken hat sich die Ereignisfolge der französischen Revolution unauslöschlich eingeprägt. Neuordnung von oben Der Krieg der deutschen Mächte gegen Frankreich, 1792 begonnen, schleppte sich mit kurzen Atempausen bis 1807 fort. Dann war fünf Jahre lang Friede, die eigentliche Kaiserzeit. Ein Friede, der bei näherer Hinsicht auch keiner war und keiner sein konnte. Der Krieg war ein Zweikampf zwischen England und Frankreich, wobei es um klassische Gegenstände, das europäische Gleichgewicht, die niederländischen Küsten, die Herrschaft im Mittelmeer und im Nahen Osten ging. England, übermächtig zur See, aber gering als Landmacht, fand seine Bundesgenossen auf dem Kontinent, die, teils um der eigenen Existenz und Sicherheit willen, so wie sie es verstanden, teils auch um Chancen wahrzunehmen und unlauteren Gewinn einzuheimsen, sich ins Getümmel stürzten, sich aus ihm zurückzogen und wieder sich hineinbegaben. Sie waren alle gegen das revolutionäre Frankreich, das seiner Revolution eine neue Strategie der Massenheere, der langen Fronten, der vernichtenden Schläge, der psychologischen Kriegführung abgewann, durch seine militärische Überlegenheit sich zu allerdings unerträglichen Ansprüchen und Eroberungen verführen ließ. Sie waren aber auch gleichzeitig gegeneinander, trauten einander nicht, Preußen und Österreich sich nicht, Österreich und Russland sich nicht, die kleinen deutschen Staaten nicht Österreich und nicht Preußen. Sie wurden daher alle einmal oder mehrfach dazu gebracht, die große Allianz zu verlassen und mit dem Feind Frankreich sich zu vertragen. Preußen tat dies schon 1795 und gewann sich ein volles Jahrzehnt vorteilhaft erscheinender, zum Schluss freilich umso verderblicherer Neutralität. Österreich tat es 1797, wieder 1801 und noch einmal 1805. Russland tat es 1807. Die kleinen deutschen Staaten taten es, wann immer sie konnten oder mussten, was hier auf dasselbe hinaus lief. Diese Bereitschaft zur Deseration, dies getrennt marschieren und getrennt schlagen, war eine der Quellen der französischen Überlegenheit. Wie denn, als alle europäischen Mächte sich erstmals zu einem leidlich gefestigten Bündnis zusammenfanden, im Sommer 1813, die übermäßig erweiterte französische Stellung in Deutschland, Italien und Spanien sich keine drei Monate halten ließ. Sie war schon 15 Jahre früher unmöglich weit gediehen gewesen. General Bonaparte hatte sie nicht erfunden, nicht ursprünglich geschaffen. In Paris zur diktatorischen Macht gelangend übernahm er sie. Und der gefährliche, verrückte Charakter dieser Erbschaft zwang ihn, sie noch weiter auszubauen. Sie war nichts, das sich normalisieren und so, wie sie war, erhalten ließ. Die Niederlande französisch, das Rheinland französisch, die Schweiz, Italien, Rom selber auf die eine oder andere Art dem französischen Machtwillen unterworfen. Bonaparte ging weiter, weil er da, wo er war, nicht stehen bleiben konnte. Die anderen, England zumal, ihm da, wo er war, auch gar nicht stehen zu bleiben erlauben würden. Frieden, Sicherung und Genuß des Erworbenen hätte er wohl gewünscht und war sich nicht bewusst, Krieg übermütig anzufangen. Immer hielt er sich für den angegriffenen, provozierten Gezwungenen. Aber seine Friedensschlüsse waren nichts als Waffenstillstände. Sei es, dass er mit dem Gegner einen ruchlosen, neue Unruhe stiftenden Halbpart machte, wie er es schon 1797 mit Österreich in Italien tat, sei es, dass er ihm Bedingungen auferlegte, mit denen der Besiegte sich im Moment abfinden mußte, auf die Dauer ehrlich sich aber nie abfinden konnte. Die Zeit der Waffenstillstände nach dem Frieden von Lüneville 1801, dem Frieden von Pressburg 1805, dem Frieden von Tilsit 1807, waren die Zeiten der Staatsexperimente, der inneren Veränderungen. Sie geschahen zumeist im Sinn Bonapartes. Selbst da, wo sie ohne sein Zutun und mit heimlicher Absicht gegen ihn geschahen, konnten sie doch den Einfluss, der aus Frankreich kam, nicht verleugnen. Bonaparte, oder wie er seit 1804 hieß, der Kaiser Napoleon, hat darum in der deutschen Geschichte eine so zentrale Rolle gespielt wie in der französischen. Unter seinem Bann bildeten sich die Formen politischer, juristischer, verwaltungstechnischer Existenz, unter denen Deutschland im 19. und vielfach bis tief ins 20. Jahrhundert hinein lebte. Der große Mann gab den Deutschen ferner, einen neuen Begriff von der Politik, vom Staat, von der Macht, vom Krieg, vom Erfolg und von der Größe. Sie nahmen diese Lehre an. Könnte man dergleichen überhaupt messen, so würde man wohl zu sagen versucht sein, der Napoleon-Mythos habe nachmals in Deutschland kräftiger geblüht und wirksamere Folgen gehabt als in Frankreich selber. Den Franzosen galt der Kaiser am Ende als der Besiegte, ein glorreicher, jedoch abgetaner Schädling. In Deutschland labte man sich an größerem Hasse wie an heißerer Bewunderung Napoleons ein gutes Jahrhundert lang. Er ließ sich merkwürdig tief in die deutschen Dinge ein, Wirkung seines eigenen Wunschträumens wie auch der Tatsache, dass Deutschland und Frankreich so oder so sich immer tief miteinander haben einlassen müssen. Italiener war er von Geburt, kam gut mit den Italienern aus, schmeichelte ihren Patriotismus, regierte sie direkt als König von Italien oder durch seine Familie. Spanien war ihm fremd. Der Eingriff in das Leben des spanischen Volkes, den er versuchte, erwies sich als böser Irrtum. Mit Russland suchte er großspurig, sich auseinanderzusetzen. Europa und was im näheren Asien an Europa hing, mit ihm zu teilen. Zuletzt es durch Kriegsgewalt unter seinen Willen zu zwingen, wobei er sich über den Gebrauch, den er von einem Siege 1812 gemacht hätte, wohl gar nicht klar war, denn Russland war ihm noch fremder als Spanien. Er konnte ihm nicht beikommen. Eben dies war es, was ihn zu seinem tollen Zug nach Moskau verführte. Sein Einfluss auf die russische Geschichte ist geringfügig gewesen. Nicht, dass Napoleon in Moskau war, sondern dass die Russen ihm den Gegenbesuch in Paris abstatteten und zur führenden Kontinentalmacht wurden, hat durch die Jahrzehnte nachgewirkt. Fremd war ihm auch England, waren ihm die Verwurzelungen und Freiheiten des politischen Betriebes dort. England ist von der französischen Revolution so gut wie unberührt geblieben und nachher wie vorher seinen eigenen Weg gegangen, den ihm sein langer, siegreicher Zweikampf mit Boni nicht eröffnete, nur noch einmal bestätigte. Zu den Deutschen stand Napoleon nicht so vertraut wie zu den Italienern, nicht so schlecht wie zu den Spaniern, nicht so fremd wie zu Russen und Briten. Er achtete sie, fand sie aber schwach und gelehrig im Politischen, wurde durch die barocke Ohnmacht wie durch den großen Traum und Namen des Reiches tief in das Land gezogen, dessen zahlreiche glänzende Fürstenhöfe seinem Snobismus schmeichelten. Das alte Reich wurde praktisch auf seinen Befehl aufgelöst. Aber er schuf alsbald einen Ersatz den Rheinbund. Und da er selber Herr am Rhein und in Italien war, so mochte er sich wohl als der wahre und starke Erbe des mittelalterlichen Reiches. Nein, besser, da ja seine Hauptstadt im Frankenlande lag, als der neue Karl der Große dünken. Ein Missverständnis. Europa wollte im 19. Jahrhundert nicht auf das übernationale Reich, sondern auf Nationalstaaten hinaus, eine Entwicklung, welche das kaiserliche Abenteuer wesentlich beschleunigte. Im Jahre 1801 erkannte Österreich und mit ihm das Reich, die Französische Republik samt allen ihren Eroberungen in den Rhein und Niederlanden, endgültig an. Nun galt es, jene deutschen Fürsten und Stände, welche ihre Besitzungen westlich des Rheines an Frankreich verloren hatten, anderwärts zu entschädigen. Dies wurde der Anlass zu einer großen Flurbereinigung oder Reichsreform. Es verschwanden die geistlichen Staaten, die Kurfürstentümer, Fürstbischofstümer, die Reichsabteien und Klöster, was Säkularisierung, Verwältlichung genannt wurde. Es verschwanden die Reichsstädte und demnächst nach neuem Krieg und neuer Niederlage Österreichs 1806 auch eine Milchstraße von Reichsfürstentümern, Grafschaften, Ritterschaften. Man nannte es Mediatisieren oder Mittelbarmachen, weil diese Gebilde, welche unmittelbar unter dem Reich gewesen waren, nun zu den größeren Ständen oder Staaten des Reiches geschlagen wurden. Da aber das Reich selber 1806 zu existieren aufhörte, verlor der Ausdruck schnell seinen Sinn. Die Mediatisierten durften als bevorrechtigte Untertanen in ihren Schlössern wohnen bleiben. Gar mancher ihrer Nachfahren wohnt heute noch dort. Die Säkularisierten mussten ihre Klöster verlassen, die nun verödeten, verfielen oder in Privatbesitz übernommen wurden. Kirchen wurden geschlossen, auch wohl geplündert, Kunstgegenstände verschleudert oder in Landesmuseen zusammengetragen. Das war der Geist der Zeit, unreligiös, antikirchlich und melancholisch gering oft die Zahl der Mönche, die aus ihren alten Mauern traurigen Auszug hielten. So wie aber der Verfall auf dem Höhepunkt beginnt, so beginnt auf dem Tiefpunkt wohl auch der Wiederaufstieg. Der Verlust des Jahrhundertanfangs, der sie vom Reichen, aber vielfach selber verweltlichten Institut zum Armen machte, hat der katholischen Kirche auf die Dauer sehr gut getan. Der wunderliche Ausverkauf, formal eine Sache der Deutschen unter sich, wurde in Wirklichkeit von Paris ausgeleitet. Das Ergebnis waren die deutschen Staaten, wie sie uns vertraut geblieben sind und bei einigen Veränderungen noch heute bestehen. Bayern, Württemberg, Baden, Hessen. Das Programm, mit den Augen Napoleons gesehen, hatte vieles für sich. Etwas musste nun mit Deutschland geschehen. Der verzopfte, verrottete Feudalismus des Reiches konnte dem neuen Jahrhundert so oder so nicht standhalten. Eine Wahrheit, welche den politisch denkenden Deutschen längst bewusst gewesen war. Das aber, was man ehedem wohl erwartet hatte, eine Aufteilung der deutschen Lande zwischen Österreich und Preußen, war nicht im Sinn französischer Machtpolitik. Viel weniger war es die Errichtung eines deutschen Nationalstaates. Noch auch konnte der falsche Kaiser Süd- und Westdeutschland direkt regieren, wie er Italien regierte. Eine kleine Zahl deutscher Monarchien, künstlich genug, um schwach zu sein, aber bodenständig und würdig genug, um den deutschen Stolz zu befriedigen. Planeten um die kaiserliche Sonne. Das war der Plan. Es gab der Lage der Dinge nach keinen besseren. Auch war die Auswahl der geretteten Dynastie nicht ungeschickt. In Ansehung der Vergangenheit hatte es seinen guten Sinn, dass Bayern als der größte der später sogenannten Mittelstaaten aus der Liquidation des Reiches hervorging. Und selbst Württemberg, Baden, Hessen konnten sich historisch besser ausweisen als die Hohenlohischen, Fürstenbergischen oder Leiningenschen Lande, die nun unter die Verwaltung ihrer glücklicheren Nachbarn übernommen wurden. Die Grenzen freilich wurden im Einzelnen willkürlich genug gezogen. Keine Notwendigkeit zwang dazu, die rechtsrheinische Pfalz zu Baden oder Franken zu Bayern zu schlagen. Hatten die deutschen Staaten längst nur noch Geringes mit Stammeseigenschaften zu tun gehabt, so verschwand dieser ihr legendärer Charakter nun vollends. Dialekte, Landschaften, Konfessionen, geschichtliche Traditionen vermischten sich in den neuen Staatsgebilden, die auf nichts anderes Anspruch erheben konnten als auf die Erfüllung des abstrakten Staatsprinzips selbst. Manches bewährt sich, was seine Existenz ursprünglich dem Zufall und der Willkür verdankt. Die von Napoleon geschaffenen deutschen Staaten haben sich im 19. Jahrhundert auf mannigfache Weise bewährt. Als Verwaltungseinheiten, Schulen der Regierung und des Parlamentarismus, Zentren der Kulturpflege. Nur echte Staaten waren sie nicht, in dem Sinn, in dem die Schweiz oder Holland es sind. Keiner hat je für seine Existenz gekämpft. Keiner je in einer Krise seinen eigenen Weg zu gehen gewagt. Das Bayern des Dreißigjährigen Krieges war ein echtes, wenn auch beengtes politisches Willenszentrum, zwischen den europäischen Mächten mit Umsicht und blutigem Ernst manövrierend. Seit Napoleon vergrößert durch unzählige Reichssplitter war es ein Gutwetterstaat. Es konnte sich nie wieder in Schlechtes wagen. sich selber nicht mehr auf die Probe stellen. So ist es bis auf unsere Tage geblieben. Napoleon hat später gesagt, die Deutschen seien reifer als jedes andere Volk Europas für eine gesamtnationale Organisation gewesen. Und jeder starke Mann, der so wollte, hätte sich an die Spitze von 30 Millionen Deutschen stellen können. Dass er selbst diesen starken Mann nicht abgeben wollte, versteht sich leicht. Es war französische Tradition, die deutschen Teilmächte auszuspielen und zu stärken gegen das Reich oder umgekehrt das Reich gegen die größte Teilmacht. Es entsprach auch dem persönlichen Interesse des Diktators, sich mit Satelliten zu umgeben, deren höfischen Stil er nachahmen konnte, wie sie den seinen, was der neuen Kaiserstellung etwas von ihrer abenteuerlichen Einsamkeit nahm. Das war die paradoxe Lage, in der Napoleon sich befand. Frankreich, das eine große nationale Revolution gemacht hatte und den anderen Ländern ein Beispiel geben wollte, konnte, zum Imperium geworden, doch in anderen Ländern keine nationalen Revolutionen brauchen. Der falsche Kaiser, nun nach konservativem Schutz tastend und begierig, sich mit Europa zu versöhnen, konnte doch auch wieder keine echten Monarchen brauchen. Die deutschen Fürsten kamen ihm gelegen. Sie schienen echt, legitim, sie hatten uralte Namen. Sie waren dennoch seine Kreaturen, regierend über Kunststaaten und hatten sich durch ihre Räubereien alle illegitim gemacht. So erschien die innere Widersprüchlichkeit von Napoleons Stellung. Gerade auf jene, die er am besten brauchen konnte, war im Ernstfall kein Verlass, eben weil sie so waren, wie er sie brauchen konnte. Kunststaaten, Gutwetterstaaten hielten Bayern und Württemberg und Baden es mit ihm, solange er gutes Wetter machte. Sie verrieten ihn schleunigst und es blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig, als ihn zu verraten, sobald die Sonne von Austerlitz nicht mehr schien. Als ihm Hilfe not tat, fand er bei ihnen keine Hilfe. Er gefiel sich in der Rolle des Mannes, der die großen Stürme bändigte und die großen, von der Geschichte gestellten Aufgaben nach eigener Wahl entschied. Einen Sturm, kräftig genug, um Deutschland von allen Schlacken der Vergangenheit reinzufegen, gab es aber um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert nicht. Patrioten vom Rang des Freiherrn vom Stein haben es erfahren müssen. Was nun zwischen 1801 und 1806 geschah, entsprach ungefähr dem, was sich schon zur Zeit Friedrichs und Josefs angekündigt hatte. Eine abermalige Anwendung des Teilungssystems, ein Geschäft zwischen größeren Fürsten auf Kosten von Schwächeren. Das neue, durch Revolution geschaffene Übergewicht Frankreichs bewirkte nur dies, dass jetzt nicht, wie im Falle Polens, die beiden Großmächte, Preußen und Österreich, sondern die neuen Mittelstaaten, die Hauptnutznießer wurden. Als im Jahre 1805 Österreich und Russland den einstweilen letzten Versuch machten, das immer noch ausgreifende, anschwellende, durch innere Widersprüche, durch Übermut und Angst, leichte Chancen und ernste Gefahren in gleicher Weise vorwärtsgetriebene Bonapartsche Imperium einzudämmen oder zurückzurollen, gab es das Reich nicht mehr. Die Armeen der neuen Mittelstaaten schlugen sich auf französischer Seite. Ihre Regenten erklärten sich des Reichsverbandes ledig und legten sich den Titel von Königen und Großherzogen bei. Das hatte seinen Sinn. Kurfürsten konnten sie wohl nicht bleiben, nun, da es keinen römischen Kaiser mehr zu küren gab. Freilich unabhängig waren diese neuen Könige auch nicht und im Grunde weniger, als ihre Vorfahren es gewesen waren. Sie hingen nun ab von der immer wachsamen, mitreißend energischen, klugen, erbarmungslosen Aktivität des Kaisers in Paris. Kaum hatten sie ihre Unabhängigkeit proklamiert, so mussten sie etwas anderes mit proklamieren helfen, die Gründung des Rheinbundes, eine ewige Allianz deutscher Staaten unter dem Protektorat Napoleons. Ihre Armeen wurden, praktisch, zu Einheiten innerhalb der großen französischen. Ihre Diplomatie beschränkte sich darauf, um die Gunst des Diktators zu wetteifern und sie durch verwandtschaftliche Beziehungen zu festigen, um so etwa bei neuen Friedensschlüssen noch mehr Land, noch weitere illusionäre Gewinne einzuheimsen. Der Rheinbund sollte das alte Reich sein, ohne die deutschen Großmächte. Napoleon, immer begierig, seine wurzellose, abenteuerliche Macht mit der Magie des Alters zu umgeben, hat nicht verfehlt, durch allerlei Einrichtungen und Zeremonien auf diese Kontinuität hinzuweisen. Vergebens! Wie sollten Deutschland und Italien sich auf die Dauer von Paris regieren lassen? Wie ein nachrevolutionäres, bürgerliches Europa an das längst in Staub zerfallene Kaiserkostüm Karls des Großen Glauben, das ein der Revolution entlaufener fremder General zu tragen vorgab. Der große Realist war auch der große Illusionär. Er verwechselte vorübergehende Gelegenheiten und Überlegenheiten mit Endgültigem, den Theaterglanz, den er verrückten Beiprodukten des Weltkrieges anzauberte mit echtem Gold und verfing sich mehr und mehr in romantischen Träumen. Auf der anderen Seite geschah das Unvermeidliche nicht ohne traurige Würde. Der letzte römische Kaiser, Franz II., erklärte den Reichsverband für aufgelöst, entband alle ehemaligen Stände ihrer Pflichten und zog sich auf den schon im Jahre 1804 gestifteten Titel eines Kaisers von Österreich zurück. In seinen analen, einem kurzen nach Jahren geordneten Lebensweg, erzählte Goethe trocken, indessen war der Deutsche Rheinbund geschlossen und seine Folgen leicht zu übersehen. Auch fanden wir bei unserer Rückreise in den Zeitungen die Nachricht, das Deutsche Reich sei aufgelöst. Noch kühler ist der Geist der unmittelbaren Eintragungen in seinem Tagebuch, 6. und 7. August 1806. Abends um 7 Uhr in Hof, Nachricht von der Erklärung des Rheinischen Bundes und dem Protektorat, Reflexionen und Diskussionen, gutes Abendessen, Zwiespalt des Bedienten und Kutschers auf dem Bocke, welcher uns mehr in Leidenschaft versetzte als die Spaltung des Römischen Reiches. Es war die Art unseres Dichters. Er glaubte kaum an große Politik, nur an kleine, übersehbare Lebenskreise, hielt den Brand eines Bauernhofes für eine wirklichere Sache als den Zusammenbruch eines Reiches. Es war aber auch wohl die geschichtliche Situation, die zu Goethes Gleichgültigkeit das Ihre beitrug. Den sentimental und antiquarisch Gesinnten mochte das formale Ende des Römischen Reiches noch feierlich bewegen. Etwas praktisch Neues führte es in die Welt nicht mehr ein. Die Säkularisierungen und Mediatisierungen hatten dem abgestorbenen Institut den letzten Dienst getan, denn die damals verschwundenen geistlichen Stände und Reichsstädte waren seine charakteristischen, allein noch von ihm abhängigen Gebiete gewesen. Und längst war das Ganze den Klugen ein Spott. Das liebe heilige Römische Reich, wie hält's nur noch zusammen? Seit Jahrhunderten hatte es zu nichts Ernsthaftem zusammengehalten. Andererseits machte die Gründung des Rheinbundes deutlich, dass die deutschen Staaten außer Österreich und Preußen auch weiterhin in einer Form würden miteinander existieren müssen. Und auf den Rheinbund knappe neun Jahre nach der Auflösung des Reiches folgte der Deutsche Bund. Der, könnte man mit dem Vergleich aus unseren Tagen behaupten, verhielt sich zum Alten Reich wie die Vereinten Nationen zum Genfer Völkerbund. Er war dieselbe Sache, nur ein klein wenig wirksamer organisiert. So daß bei näherem Zusehen das Ende des Heiligen Reiches wohl das tief einschneidende historische Ereignis nicht wahr, das man später aus ihm machen wollte. Aber auch das nur Symbolische spielt in der Geschichte seine Rolle. Und die Erinnerung an untergegangene Reichesherrlichkeit hat später in der deutschen Seele Dinge getan, die das Reich, solange es auf dem Regensburger Reichstag noch klägliche Wirklichkeit war, längst nicht mehr hätte tun können. Mit seinem Ende verband man das Schwinden alter Formen und Stile des Lebens. Es wurde zum Symbol für das Ende der guten alten Zeit und das Heraufkommen einer neuen. Eine spätere nationale Geschichtsschreibung hat der Fürstenrevolution der napoleonischen Epoche als einer von Fremdherrschaft diktierten willkürlichen seelenlosen größenwahnsinnigen reichsverräterischen Unternehmung geflucht. Im gleichen Atem jedoch sie gelobt als einen Fortschritt zur Einheit und Modernität. Beide Urteilsweisen lassen sich wohl anhören. Man unterscheidet gemeinhin drei Sphären, in welchen die deutsche Aufnahme der französischen Revolution so oder so stattfand. Die Rheinlande gehörten volle zwei Jahrzehnte zu Frankreich. Hier wurde von Paris her direkt mit eiserner und kluger Hand reformiert. In den Rheinbundstaaten wurde nachgeahmt, aber nicht ohne eine Beimischung lokaler Eigenart. Napoleon ließ seinen Satelliten beträchtliche Freiheit in der Wahl der Mittel, solange sie seinen eigenen Interessen nicht widersprachen. In Preußen darf man nicht eigentlich von Nachahmung sprechen, obgleich auch dort der französische Einfluss stark war. Hier waren die Reformen zugleich eine selbstständige, ideenreiche Reaktion gegen das Elend der Niederlage, welches sie notwendig machte. Der preußische Staat bewies damit, dass es ihn wirklich gab, trotz all seiner Widersprüche und Künstlichkeiten. Er zog Ideen an und ihre Träger, Männer von Enthusiasmus und Können, die ihm aus verschiedenen Gegenden Deutschlands zu Hilfe kamen. In Köln und Bonn, Mainz, Speyer, Trier, regierten die Franzosen und regierten gut. Beliebt waren sie nicht, das ist auch die beste Fremdherrschaft selten. Sie waren nicht beliebt wie in Mailand, aber auch nicht verhasst wie in Madrid. Vernünftige, gestraffte Verwaltungseinheiten traten an die Stelle verrotteter Reichsstände, feudaler Zwergstaaten und theokratischer Herrschaften. Napoleons Regierung war zugleich absolut und liberal. Absolut, weil der Befehl von oben kam, die riesige Maschinerie des Beamtentums gelenkt wurde vom Kaiser und seinen Minister liberal, weil vor dem Gesetz jeder gleich galt, Christ und Jude, Ritter, Bürger und Bauer, und unter dem Gesetz jeder einzelne frei war, sein Leben, wie es ihm beliebte, zu gestalten. Es liegt in solchem Absolutismus ein Bestreben, das schließlich gegen ihn selber wirken muss. Erfolgreiche Bürger, Industrielle, Kaufleute, Bankiers, Grundbesitzer werden früher oder später auch die Politik in ihren Dienst nehmen, beim Regieren selber ein Wort mitreden wollen. Frankreichs liberaler Einfluss ist so im Rheinland auf die Dauer stärker geblieben als sein absolutistischer, wie der preußische Staat erfahren sollte, als er nach Napoleons Sturz in Köln und Koblenz sein landfremdes Regiment etablierte. 20 Jahre und so ereignisreiche Jahre sind eine lange Zeit. So einfach nur deutsch wie ein Landstädtchen in Thüringen ist das Rheinland seitdem nie wieder gewesen. In Süddeutschland gingen die übrig gebliebenen Bayern, Württemberg und Baden im Ernst vor. Sonderbarer Staatswille, welcher hier sich betätigen und recht eigentlich austoben konnte. Machtwille, der der Ohnmacht diente und doch brauchbares schuf. Nichts unterblieb, was der Austilgung des geschichtlich gewordenen dienen konnte. Schulen wurden verstaatlicht, Kirchen der Kontrolle des Staates unterworfen und zu Nationalkirchen nach dem Muster der Französischen aufgebaut, Klassenprivilegien abgeschafft, die unlängst gewonnenen Gebiete unter geflissentlicher Verachtung ihrer Wünsche zu Regierungsbezirken oder Kreisen im Stil der französischen Departements zusammengewürfelt, Rechtssysteme vereinfacht und, wenn nicht direkt vom Code Napoleon kopiert, doch in seinem zugleich absolutistischen und bürgerlichen Geist revidiert, Fachministerien mit ihren Beamtenhierarchien an die Stelle verzopfter Kollegien gesetzt, Universitäten im kulturellen Wetteifer reorganisiert oder neu gegründet und erzkatholische Bevölkerungen durch den Zustrom protestantischer Gelehrter geärgert. Kurz, mit Gründlichkeit ausgemerzt, was vom alten Reich noch übrig war und die neuen Reiche in ihrer Souveränität hätte beeinträchtigen können. Einstweilen wurden Volksvertretungen, so wie Napoleon sie in Paris duldete, versprochen, der Kriegsläufte halber aber nicht zusammengerufen. Die europäischen Völker haben immer voneinander gelernt und Nachahmung muss nicht lächerlich sein. Der Staat, den die Normanen im Jahre 1066 in England gründeten, war ein französisch-normannischer Staat und ist doch die Grundlage des Englischen geworden. Es wird also nicht fruchten, die neuen deutschen Mittelstaaten im Rückblick zu verurteilen, weil sie in der Franzosenzeit entstanden und aus französischem Geist. Unter ihren Gründern finden sich gewaltige und groteske Personen, wie der erste König von Württemberg, aber auch Menschen von hohem Rang, der badische Minister Reizenstein, der bayerische Jurist an seinem Feuerbach. So ideenlos und gemein, wie Heinrich von Treitschke wahrhaben will, war diese Fürstenrevolution nicht. Einer musste sie am Ende machen. Einer musste auch in Süddeutschland die geschichtliche Stunde eines vernünftig regierten Bürgertums einläuten. Das Volk, so wie die deutsche Geschichte sich einmal entwickelt hatte, konnte es nicht tun. Die süddeutschen Staaten haben nachmals ihre Aufgabe nicht übel erfüllt, wurden Zentren einer liberalen Bewegung, für welche das im ersten Jahrzehnt Geschaffene wenigstens den Rahmen abgab. Ganz aber sind sie die wunderlichen Bedingungen ihres Anfangs nie losgeworden. Etwas leicht Volksfremdes hat den neuen Einteilungen, den neuen Hierarchien und dem kulturellen Glanz der erneuerten Hauptstädte immer angehaftet. Es könnte sein, dass hiermit die Schwäche zusammenhängt, welche die Mittelstaaten in jeder späteren Krise bewiesen. Kaum mehr als ein Jahrhundert nach der Fürstenrevolution mussten ihre Nutznießer, die Dynastien, abtreten, ohne dass eine Hand sich zu ihrer Bewahrung gerührt hatte. Längst vorher schon hatten sie jeden echten Einfluss auf die Gestaltung des nationalen Schicksals verloren. So, im Großen gesehen, war das Ende des Alten Reiches doch schon der Beginn des Nationalstaates, wenn auch auf dem Umweg über den Triumph, den vollständigen, aber Ephemären der Fürstenstaaten. Sie machten sich zu groß, zu modern, um das alte dynastische Herrschaftsprinzip noch weiterhin erfüllen zu können. Volksstaaten aber, durch ihre eigene natürliche Schwerkraft existierende Staaten, konnten sie nie werden. Anders ist die Geschichte Preußens in jenen Jahren. Der norddeutsche Staat hatte sich schon 1795 aus dem Krieg zurückgezogen und genoss seitdem eine Neutralität, welche, gemäß dem Basler Friedensvertrage, auch dem übrigen Nord- und Mitteldeutschland zugutekommen sollte. Für die Hauptstadt Berlin war es eine geistig fruchtbare Zeit und auch für kleinere Hauptstädte, zum Beispiel Weimar. Es war die Epoche der Freundschaft Schillers und Goethes, die schöne Zeit, als jedes Jahr ein Drama Schillers, einen Roman Jean Pauls auf den Markt brachte und die Berliner Gesellschaft sich zu den höchsten Höhen bürgerlicher Geistigkeit erhob, das große Jahrzehnt der deutschen Literatur. Unbestreitbar hatte diese geistige Blüte etwas mit dem langen Frieden inmitten der Kriege zu tun. Zwar, berichtet Goethe in seinen Annalen, brannte die Welt an allen Ecken und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Lande und See gingen Städte und Flotten in Trümmer, aber das mittlere, das nördliche Deutschland genoss noch eines gewissen fieberhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Der Staat selber benutzte seine Neutralität, wie es der Staatenbrauch war, am Anfang zu einem abermaligen Raubgeschäft gemeinsam mit Russland, das ihm riesige polnische Gebiete mit der Hauptstadt Warschau einbrachte. Später zu fettem Gewinn durch Säkularisationen. Doch gingen diese zweifelhaften Vorteile dann plötzlich wieder verloren. Nachdem Preußen den Fehler gemacht hatte, sich von dem Widerstand gegen die expansive Macht elf Jahre lang auszuschließen, beging es den Fehler, sich ihm anzuschließen im ungünstigsten Moment, Herbst 1806, worauf Napoleon die veraltete preußische Kriegsmaschine mit unglaublicher Schnelligkeit zusammenschlug. Er hielt das preußische Staatsprinzip für gefährlicher als das süddeutsche, gleichzeitig für künstlich genug, um es austilgen zu können. Das hätte er nach den preußischen Niederlagen von 1806, 1807 auch zu tun gewünscht, aber selbst jetzt konnte er das Spiel nicht ganz frei, wie es ihm beliebte spielen. Die Macht, mit der er nun sich zu vertragen beschloss, nachdem er sie vor wenigen Monaten noch als Europa fremd und barbarisch angeprangert hatte, war Russland. Der Zar zog es vor, zwischen den beiden Imperien, zwischen sich selbst und dem neuen Freund, ein Rumpf Preußen zu bewahren. Das Resultat war schief. Aus Preußens polnischem Raub wurde ein Großherzogtum Warschau gemacht, das zu Napoleons System gehörte und das Versprechen eines zukünftigen polnischen Nationalstaates enthielt, welches also dem russischen Imperialismus doppelt unwillkommen sein musste. In die französische Machtsphäre fielen auch die preußischen Gebiete westlich der Elbe. Sie wurden zu einem neuen Satellitenstaat konsolidiert. Dazwischen aber, zwischen dem französischen Polen und dem französischen Westfalen, kam ein halbierter preußischer Staat zu liegen. Ernsthaft genug, um mit den obfaltenden Bedingungen sich nimmermehr zu versöhnen, um sich zu reformieren und das, was von seiner alten Tradition noch übrig war, in bessere Zeiten hinüber zu retten. Man hat übrigens gut sagen, dass dies Arrangement Napoleons schwerer Fehler war. Vom Ende her gesehen ist seine ganze Geschichte eine Kette von Fehlern. Richtig zu machen war hier nichts. Der preußische Zusammenbruch von 1806 und die entschieden lieblose Behandlung, die der Sieger dem Besiegten zuteilwerden ließ, haben auf das preußisch-französische oder deutsch-französische Verhältnis sich ungünstig ausgewirkt. Da Preußen verloren hatte, wo die süddeutschen Staaten gewannen und weiterhin von dem Sieger boshaft drangsaliert wurde, so nahm doch die Reform des Staates einen antifranzösischen Akzent an. In Süddeutschland stand man offiziell mit Napoleon aufs herzlichste. In Preußen eben nur auf Grüßfuß, in dessen die Besten heimlich von einem Befreiungskrieg zu träumen anfingen. Da ferner Preußen im Augenblick keine Landgewinne zu assimilieren, nur Verluste zu verschmerzen hatte, so fehlte hier der Reform jeder gehässig gewalttätige Akzent. Den Staat gab es bereits, einen vom Absolutismus der Hohenzollern schon weitgehend rationalisierten Staat. Also konnte man hier an schöpferisch freieres denken, als an das bloß künstliche Machen eines Staates. Die Hauptsache war, dass ausgezeichnete Individuen sich Preußens annahmen. Männer machen die Geschichte, hat ein deutscher Historiker gesagt. Das trifft manchmal zu und manchmal nicht. In diesem Fall trifft es einigermaßen zu. Von den Volksmassen wurde auch in Preußen keine Revolution getragen. Auch hier musste sie von oben kommen. Oder von nirgendher. Sie kam von einigen philosophisch gesinnten Bürokraten und Militärs. Teils Ostpreußen, die durch Kants Schule gegangen waren, teils Männern aus dem Reich, aus Hannover, Westfalen, Nassau, die sich aus dem einen oder anderen Grund in den preußischen Staatsdienst hatten locken lassen. Als der Beste unter ihnen gilt der, nachdem die ganze Reform meist benannt wird, der Freiherr vom Stein. Diesen Ruf verdient er. Ein starker, stolzer, warmherziger und guter Mann. Geboren als Reichsfreiherr in einer Gegend, in der die Tradition des Reiches vergleichsweise stark war, fühlte er sich nur dem Reich verpflichtet, das nicht mehr existierte. Aber diesen Zustand sah Stein als vorübergehend und ungesetzlich an. Die beiden deutschen Großmächte interessierten ihn, weil nur in ihnen vorläufig sich echte deutsche Staatlichkeit verwirklichen konnte. Den Rest, die Sultane, wie er sie nannte, von Bayern bis Nassau-Usingen, verachtete er mit der ihm eigenen hochfahrenden Schroffheit. Sie hatten alle zu verschwinden. Er wusste nicht genau wie, noch auch wie dann die Überlebenden, Preußen und Österreich, nebeneinander würden existieren können. Stein war kein Diplomat und verachtete das Handwerk des Diplomaten. Als Praktiker hatte er angefangen, als Bergrat und Verwaltungsmann, lange Jahre in enger Berührung mit dem aufsteigenden Wirtschaftsleben. Bloß Theorie und Schriftstellerei hielt er eines Mannes für unwürdig. Nie ließ er eine Gelegenheit vorübergehen, ohne gegen den usurpierten Wert der spekulativen Wissenschaftler zu wettern. Das Sonderbare, Unverständliche zieht die Aufmerksamkeit des menschlichen Geistes auf sich, der sich einem müßigen Hinbrüten überlässt, anstatt zu einem kräftigen Handeln zu schreiten. Handeln Stein, dem Techniker, dem Verwalter und Industriengründer, fehlte es im Älterwerden nicht an gewaltigem politischen Ehrgeiz. Er war, was viele zu sein glauben und doch nur die wenigsten ernsthaft sind, ein Patriot. Deutschland wurde zu einem hohen, vornehmen Gegenstand in seinem Geist. Für die Befreiung Deutschlands von der französischen Herrschaft war er bereit, sein Geld, seine Güter, sein Leben zu opfern. Ihr, der Befreiung, sollten letztlich auch die Reformen dienen, die ihm nun während eines kurzen Jahres 1807-1808 in Preußen durchzuführen vergönnt waren. Sie sind in ihrem Geist nicht ganz eindeutig zu beschreiben, diese Reformen. Politiker sind keine inkarnierten Ideen, keine wandelnden Schulbücher. Wehe uns, wenn sie etwas dergleichen zu sein beanspruchen. Der Doktrinär wird uns immer dieses beides bringen, Tyrannei und Niederlage. Stein war kein Doktrinär. Wohl aber lebten starke Sehnsüchte und Sympathien in seiner Brust. Eine davon war der Vergangenheit zugekehrt, dem Heiligen Reich, dem Mittelalter. Die alten ständischen Ordnungen zogen ihn an, die wohl verteilten Gerechtsame und Pflichten, ein christlicher Adel, der patriotisch seine Pflicht tat, Städte, die sich selber regierten, Kooperationen, Kirchen, Universitäten, die ihr Vermögen gemeinnützig verwalteten. Es ist möglich, dass er all das ein wenig idealisierte, wie es eben damals Mode wurde. Andererseits war Stein auch ein moderner Mann, ein Aufklärer, der an die erweckende erzieherische moralische Funktion des Regierens glaubte. Durch eine gute Regierung sollten die Bürger dazu gebracht werden, sich selber zu regieren oder doch einen geregelten Anteil zu nehmen an der öffentlichen Sache, sodass der Staat leben würde von innen her und ein so kläglicher Zusammenbruch wie der von 1806 künftig nicht mehr würde stattfinden können. Sie sollten übrigens, wie es in Frankreich der Fall war, ihren beruflichen Interessen unbehindert nachgehen können. Man braucht die Verbindung beider Sympathien im Geiste Steins, der mittelalterlich ständischen und der modernen Liberalen nicht als widersinnig anzusehen. Viele Entwicklungslinien münden in der Tendenz, die man im späteren 19. Jahrhundert liberal genannt hat. Eine davon lässt sich in das ständische Mittelalter zurückverfolgen, wie das Beispiel England zeigt. Dort ist die moderne Volksvertretung mit ihren Parteien aus dem alten Ständewesen hervorgegangen. Stein bewunderte England. Hätte man ihm, was wohl möglich war, neu-französische, revolutionäre Einflüsse in seinem Wirken nachgewiesen, so hätte ihn das tief verstimmt. Wie es aber in der Geschichte geht, sie nimmt nur das an, was sie im Augenblick brauchen kann, und macht daraus, was sie will. Ein konservativer oder teilweise konservativer Politiker kann fortschrittlich oder revolutionär wirken, denn nicht alles, was in seinem Geiste ist, geht in die Wirklichkeit ein. Das Bild des Staatsmannes, der die Gesellschaft nach seinem Bilde formt, wie der Töpfer den Ton, taugt darum nicht. Die Materie, mit der er umgeht, ist viel zu unübersichtlich, zu widerspenstig, zu lebendig, um ein eigentliches Formen zu erlauben. Die Gedankensteins trafen mit anderen, weniger Geschichtsbelasteten zusammen. Der Forderung des Freihandels, wie sie aus England herübergekommen war, dem Begriff vom Menschen als homo economicus, dessen Gewinnstreben nur aller staatlichen Fesseln entledigt zu werden brauchte, um im freien Wettbewerb höhere und immer höhere Quantitäten von Reichtum und Glück hervorzubringen. Diese wirtschaftliche, freihändlerische Akzentuierung wurde stärker, als Stein nach einem Jahr seinen Abschied nehmen und das Land verlassen musste. Er hatte in seinen Briefen zu leichtsinnig von einem künftigen Befreiungskrieg gesprochen. Seinem Nachfolger Hardenberg waren Steins hohe Gesinnungen fremd. Die Erbuntertänigkeit der Bauern entfiel, aber die Gutsherren erhielten sich die Polizeigewalt und niedere Gerichtsbarkeit in ihren Bezirken. Da für die alten Dienst- und Sachleistungen ein Ersatz sein sollte, schritt man zu einer Teilung des Landes, deren Ergebnis Hunderttausenden von Bauern eine selbstständige Existenz unmöglich machte. Das führte gegen den Willen Steins, aber im Sinn seiner freihändlerischen Assistenten, zum Legen der Bauern. Aus Erbuntertänigen wurden Landarbeiter, aus ihren Söhnen und Enkeln Stadtarbeiter. Der preußische Adel ging aus der Reformzeit ungebrochen, ja auf die Dauer bereichert und politisch bewusst hervor. Er durfte von nun an jeden Beruf ergreifen, bürgerlichen Besitz erwerben. Er behielt einige seiner geschriebenen Privilegien, auch wohl der ungeschriebenen. Das ausschließliche Recht nicht mehr, aber doch die bessere Ausgangschance in der militärischen, administrativen, höfischen Laufbahn. Steins persönliche Haltung gegenüber dem Adel war ambivalent. Er gehörte selber zu ihm, ein ahnenstolzer, hochfahrender Herr, andererseits erfüllten seine Erfahrungen mit dem preußischen Adel ihn mit verachtungsvoller Ungeduld. Es kam eine Zeit, da er ihn am liebsten ganz abgeschafft hätte. Der englische Adel schwebte ihm vor als das nachahmenswerte, reich, aber verantwortungsbewusst für das große Ganze, ständig erneut durch Ernennungen aus dem Bürgertum, im Oberhaus zu großartiger politischer Betätigung zusammengefasst und derart konstituiert, dass der Titel nur einem zufiel, während die jüngeren Söhne ins Bürgertum zurücktraten. In Deutschland erbte jeder den Titel, auch wenn es sonst nichts zu erben gab. Ein Umstand, der sich jetzt umso peinlicher bemerkbar machte, als die Enteignung der katholischen Kirche den Adel um die reichste Versorgungsquelle seiner jüngeren Söhne gebracht hatte. In der Stadt beginnt mit dem Freiherrn vom Stein die Demokratie, obgleich noch der Name verpönt war. Er ist der Gründer der städtischen Selbstverwaltung durch erwählte Stadtverordnete, erwählten Magistrat. Das ist seine nachmals bewährteste Leistung. Noch im 20. Jahrhundert haben die preußischen Großstädte die Bewunderung der Welt erregt und sind sie Lehrmeister in der Pflege städtischen Gemeinwohls gewesen. Noch im frühen 20. Jahrhundert aber und gerade damals war der Gegensatz zwischen städtischer Demokratie und staatlichem Halbabsolutismus in staunenswertem Maße widersinnig. Ein Gegensatz, der geschichtlich darauf zurückgeht, dass dem Freiherrn vom Stein sein Reformwerk weniger als halb gelang, dass er zwar in den Städten neue Ordnung machen konnte, aber nicht im Staat. Zur nationalen Gesamtvertretung, die ihm als Krönung seines Werkes vorschwebte, kam es nicht. Demokratisiert sollte auch die Armee werden, gemäß dem Traum der bedeutenden Soldaten, die sich ihrer nun annehmen durften. Demokratisiert, oder sagen wir besser nationalisiert, mit patriotischem Geist erfüllt und auf Verdienst anstatt erbliches Vorrecht ausgerichtet. Der Grundsatz der Wehrpflicht jedes Bürgers wurde proklamiert. Seine Durchführung blieb unvollkommen wegen der Einschränkungen, die Napoleon dem preußischen Heere aufzwang, die man jedoch mit List und Heimlichkeit durchbrach, wo man konnte. Die Massenheere hatte die französische Revolution geschaffen, Napoleon sie seiner Disziplin unterworfen und für seine Vernichtungsstrategie gebraucht. Der neue Geist, die neuen Mittel konnten auf die Dauer nicht der Alleinbesitz Frankreichs bleiben. Geistig stehen die preußischen Militärreformer, die Scharnhorst, Gneisenau, Klausewitz, so hoch wie die Carnot und Saint-Syr. Sie hatten mehr Achtung vor dem Menschenbild als Napoleon. Dass sie mit der Volksarmee dann auch Napoleons Vernichtungsstrategie, die ganze neue harte Philosophie der Politik und des Krieges als einer Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln übernahmen, auch das lag wohl in der Natur der Dinge. Man mag es für ein Unglück halten, dass sie bei Napoleon in die Schule gingen. Es war aber Napoleon, der die Schule baute und der die Schüler hineinzwang. Fraglich ist, was von dem Hohen, trotz allem Kriegertum eigentlich humanitären Geist Scharnhorsts und Gneisenaus dann eigentlich in die Armee einging und übrig blieb. Es Mann wohl Anregungen geben, aber was wird aus ihnen in der dauernden zähen Masse des Wirklichen, die sich durch ihn anregen lassen soll? Was wird vollends daraus, wenn es sich um die Armee handelt, eine Institution, die das Töten zum Zweck hat und auf den rauesten Sitten, auf Befehlen und Gehorchen nun einmal aufgebaut ist und immer bleiben muss? Napoleons Kriegsphilosophie in dem berühmten Buch »Vom Kriege« des Generals von Clausewitz eindrucksvoll zusammengefasst, ist die Philosophie des preußischen Generalstabs geblieben und seit der Jahrhundertmitte mehr und mehr geworden. Nicht so eindeutig ist die Wirkung von Scharnhorsts liberalen und humanen Ideen auf lange Sicht. Alte preußische Klassentraditionen haben sich später in der Armee wieder durchgesetzt und vermischt mit neuen Disziplinen, neuen technischen Fertigkeiten und Rohheiten. Was bleibt in der Staatengeschichte von den geistigen Anstrengungen hervorragender Individuen? Wenn sie Bücher schreiben, dann bleiben Bücher, Appelle vom Einzelnen zum Einzelnen, die nach Jahrtausenden noch wirken mögen. Wenn sie aber ihre Studierstube verlassen und sich einlassen auf das harte, stets enttäuschende Werk politischer Menschenführung? Man könnte die gleiche Frage selbst für die Unterrichts- und Universitätsreform stellen, welche ein Kapitel der preußischen Neuerungen nach 1807 ist. Obgleich ja dieser Bereich der definitionsgemäß geistige ist, in welchem also der Geist eines bedeutenden Ministers oder Organisators zuverlässiger wirken sollte als in der Armee. Der Kultusminister der Reformzeit, Wilhelm von Humboldt, war beinahe zu gut, um wahr zu sein. Ein Humanist von hohem und reinem Typus, schöpferisch als Sprachforscher, Staatsphilosoph, welterfahren und kosmopolitisch gesinnt. Patriotismus kam ihm spät und hat ihm nie so recht stehen wollen. Ein genußfroher Egoist, begierig aus seinem Leben ein Kunstwerk zu machen und seinen Mitmenschen gönnend, was er selber besaß und erfuhr. Ein solcher Mann an der Spitze des Erziehungswesens lässt sich in das herkömmliche Bild oder Zerrbild vom Preußentum schwer einordnen. Die Zeit war ungewöhnlich und gab ungewöhnlichen Menschen eine Chance. Unter Humboldts Leitung entstand das System der preußischen Schulen, wie es bis in unsere Tage bestand. Elementarschule für alle, humanistisches Gymnasium für die Bildung eines gehobenen Bürger- und Beamtentums, Universitäten als Städten der wissenschaftlichen Forschung und Lehre. Dabei war Bildung nicht als das gedacht, was sie später in Deutschland wohl leicht geworden ist, ein Mittel zur Verhärtung der Klassenunterschiede. Noch auch war sie als berufliche Ausbildung gedacht, sondern eben als bloße Bildung, frei humanistisch. Inwieweit dies je verwirklicht werden konnte, bleibe dahingestellt. Jedenfalls kam man der Verwirklichung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts näher als in der zweiten, in der zweiten näher als im 20. Jahrhundert. Der strengen, überaus zentralisierten und militarisierten Hierarchie des napoleonischen Schulsystems sollte dies preußische entgegengesetzt sein. So war die steinsche Städteordnung der französischen Unterwerfung der Gemeinden unter die Zentralregierung entgegengesetzt. Und so war die neue preußische Armee demokratischer als die französische, die immerhin Vertretung oder Loskauf gestattete, auch wohl durch Erobererfahrungen, Besatzungsmanieren, die Beifügung fremdsprachiger Truppenteile ihren ursprünglichen Charakter verloren hatte. Die steinschen Reformen waren keine bloße Übernahme französisch-revolutionärer Neuerungen. Sie waren schöpferisch, trotz der Anleihe beim Feind. Nur geriet dann das meiste ins Stocken. Es sind kurze Augenblicke in der Geschichte, in denen ein nobler Enthusiasmus regiert. Und man muss für alles Bleibende, was in einer solchen Zeit geschaffen wird, dankbar sein. Von der französischen Revolution hat die europäische Politik im 19. Jahrhundert gelebt. Es sind in all der Zeit keine Ideen, keine Träume, keine Furcht, kein Konflikt erschienen, die nicht in jenem schicksalsschwangeren Jahrzehnt schon wären durchexerziert worden. Demokratie und Sozialismus, Reaktion, Diktatur, Nationalismus, Imperialismus, Pazifismus. Man könnte dasselbe von der deutschen Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert in ihrem Verhältnis zu eben diesem Jahrzehnt oder diesen zwei Jahrzehnten sagen. Was später kam, bedeutet Entfaltung, Variierung, Epigonentum, Verfall, verglichen mit dem schöpferischen Reichtum der Jahrhundertwende. Der ist keine Folge, kein Produkt der Revolution. Ihn als das zu sehen hieße dem politischen zu viel Gewicht beimessen. Längst bevor die große Unruhe über Europa kam, waren Kant, Goethe, Herder, der junge Schiller auf dem Plan erschienen. Die Zusammenhänge zwischen dem einen und dem anderen sind geheimnisvoll. Als einen bloßen Zufall wird man es doch nicht verstehen, dass, während Frankreich sein politisches Drama zum Besten gab und der Schwall seiner jugendlichen Generale und Organisatoren den Kontinent überwältigte, eine nie gekannte Fülle geistigen Talents an allen Ecken Deutschlands aufbrach. In Preußen und Schlesien, im Dürren Berlin selbst, im Rheinland in Schwaben. Und auch, wenn man die Potenzen als Natur gegeben annimmt, das, was sie aus sich machten, die Form ihrer Selbstverwirklichung wurde mitbestimmt durch die Ereignisse der Zeit. Durch Erlebnis und Gefühl der Epoche, durch den Zeitgeist, dieser Ausdruck wurde damals zum ersten Mal gebraucht und das, was er bedeutete, zum ersten Mal bewusst. Wohl war das Land noch groß und weit, der Druck der Bevölkerung gering, das Nachrichtenwesen spärlich. In diesem technischen Sinn sind wir heutzutage unvergleichlich stärkeren Pressionen ausgesetzt, als jene es waren. Ernster aber und intensiver haben die Fichte und Schleiermacher und Hegel, die Görres und Arndt, die Gens, Adam Müller und Kleist, die Brentano und Arnim ihre Zeit erlebt. Ohne deren schwere Erfahrung wären sie andere, niemand weiß, welche Wege gegangen. Den großen Neuhumanisten oder Klassikern, wie sie später genannt wurden, bestätigte die Entartung der Revolution, die Gesinnungen, auf welche sie sich schon vorher zurückzuziehen angefangen hatten. Als der Wohlfahrtsausschuss in Paris regierte, war Schiller nicht mehr der Dichter der Räuber und der Kabale, Goethe nicht mehr der deutschtümelnde Jüngling von 1770. Der Staatsminister besaß treffendes Urteil, guten Instinkt auch in der Politik, aber wenig Theorie. Gehörte er theoretisch irgendwo hin, so gehörte er in die Ära des späten, aufgeklärtesten, wohltunsten, fürstlichen Absolutismus. Das Schauspiel der Revolution war ihm interessant, aber fremder und widerwärtiger als interessant. Nichts, womit er sich zu identifizieren, nichts, wogegen er auch nur eine starke, theoretisch formulierte Stellung zu beziehen, Lust hatte. Noch interessanter war ihm Napoleon, Napoleons europäische Ordnung im Recht, solange sie dauerte. Denn, fand er, zur Nation zu bilden, ihr hofft es Deutsche vergebens, bildet stattdessen, ihr könntet, es, freier zu Menschen euch aus. Schiller wandte von der Revolution sich ab nach der Hinrichtung des Königs. Dass er deswegen von der Politik selber als der Krone aller menschlichen Angelegenheiten sich abgewandt hätte, kann man nicht sagen. Von Machtkampf, Menschenführung, Rebellion, Ordnung und Unordnung, Krieg und Frieden, weiß die Wallenstein- Trilogie, dies aus einer edlen Gedankenmasse herausgearbeitete Wunderwerk, reicheres, tieferes als jedes andere Drama deutscher Sprache. Und noch das letzte, das er vollendete, der Tell, ist ein hohes Lied auf Tyrannenmord, Freiheit, Volk und Vaterland. Die national-demokratische Rhetorik des 19. Jahrhunderts hat hieraus eine Menge ziehen können. Ein Demokrat war aber auch Schiller nicht mehr, als Bonapartes Stern aufging und die Gesellschaftsordnung nicht mehr sein oberstes Anliegen. Erziehung war es nun, Erziehung nicht zur Nationalität, sondern zur edlen, durch Spiel, Kunst, Schönheit und Philosophie freien Menschlichkeit und nur so mittelbar allenfalls zum Staat. Schiller lebte seine produktivsten, gefestigsten, feierlichsten Jahre im Schutz der preußischen Neutralität. Er starb, bevor diese zusammenbrach. Und wie er danach, zur Zeit der Erniedrigung und der Erhebung sich verhalten hätte, dürfen wir nicht fragen. Allenfalls könnte die Entwicklung seines Freundes Wilhelm von Humboldt uns einen Fingerzeig geben. Dieser fuhr noch eine Zeit lang fort, die Bildung des Einzelnen zu höherem Menschentum als das Ziel anzusehen und vornehmlich der eigenen zu leben. In Spanien, in Rom, wohin immer Interesse und Gelegenheit ihn führten. Damals erklärte er Deutschland noch für eine ihm gleichgültige Sache. Einen kleinen Kreis von Gesinnungsgenossen für seine wahre Heimat. Es scheint nicht, dass der Zusammenbruch Preußens von 1806 ihn sonderlich aufregte. Später wurde Humboldt zum Politiker, zum Leiter des preußischen Bildungswesens, zuerst dann zum Diplomaten, als solcher verteidigte er die Interessen seines Staates, verteidigte sie mit Schärfe, als es endlich wieder Siege in Land und Machtgewinn umzusetzen galt, nahm eine entschieden antifranzösische Haltung ein, erkannte wohl auch schon eine deutsche Aufgabe Preußens an, wenngleich er auch jetzt, zur Zeit des Wiener Kongresses, einen gesamtdeutschen Machtstaat nicht für wünschenswert erklärte. Der Kosmopolit war zum Patrioten geworden. Diese beiden Gesinnungen stehen ja nicht notwendig im Gegensatz zueinander, beide beziehen sich enthusiastisch auf den Menschen und die menschliche Gemeinschaft, die eine unmittelbar, die andere durch das eigene Volk, die eigene Nation. Lange noch galt es für ausgemacht, dass freie Nationen schöner zusammenleben würden als unfreie Fürstenstaaten, dass ein Bund der Völker das Werk der Befreiung krönen würde. So war die Französische Revolution selber beides in einem, kosmopolitisch und nationalistisch. Es bedurfte einer Reihe unglücklicher Verkettungen und Verbindungen, Machtstaat und Nationalstaat, Klassenherrschaft und demokratisches Heer, konkurrierende Ansprüche mehrerer Nationalitäten auf einem und demselben Boden, um aus der Nationalgesinnung, so wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschien, den aggressiven, unterdrückenden, menschheitsfeindlichen Nationalismus zu machen. Oder sollen wir einfacher sagen, der Mensch hat noch jede Idee durch sein allzu menschliches Wirken entstellt, woran nicht die Idee schuld ist, sondern er selber? So wie er die christliche Religion der Nächstenliebe zu den abscheulichsten Verfolgungen missbrauchte, ist ihm auch die liebevolle Pflege des eigenen Volkscharakters zum mörderischen Unternehmen ausgeachtet. Davon war nun in der Napoleon-Zeit noch beinahe nichts zu spüren. Es waren reine Geister, die sich zuerst in Vorgeschichte und Eigenart des eigenen Volkes vertieften. Sie hörten nicht auf, Menschheitsgläubige, Kosmopoliten zu sein, weil sie Volksgläubige, Nationalgläubige wurden. Josef Görres zum Beispiel hatte als Revolutionär angefangen, am Zusammenbruch der Kirchen- und Adelsherrschaft am Rhein seine herzliche Freude gehabt. Er war selber als Vertreter seiner Landsleute nach Paris geeilt, um den Anschluss des Rheinlandes an Frankreich zu erreichen. Was er dort sah, enttäuschte ihn, wie schon die Wirklichkeit der französischen Militärherrschaft in Koblenz ihn enttäuscht hatte. Regierung und Wesen Bonapartes enttäuschten ihn noch mehr, ob sie ihm gleich tiefen Eindruck machten. Er gab vorläufig die Politik auf und widmete sich allerlei naturwissenschaftlichen, philosophischen, philologischen Forschungen und Spekulationen. In Heidelberg traf er mit einem reich begabten Freundespaar zusammen, dem Frankfurter Clemens Brentano, dem Preußen Achim von Arnim. Die drei warfen sich auf das Studium des deutschen Mittelalters, Volkslieder, Märchen, Sagen, Bilder. Die Früchte ihres Forschens und Sammelns, Görres deutsche Volksbücher, Arnim Brentanos des Knaben Wunderhorn, sollten ihren Landsleuten neue Zugänge zu tief verborgenem, tröstlichem, schönem eröffnen. Wie denn eine Zeitschrift, die Arnim 1808 in Heidelberg herausgab, Zeitung für Einsiedler hieß. Einer Buchausgabe derselben gab er den Titel Trösteinsamkeit Alte und neue Sagen und Wahrsagungen Geschichten und Gedichte. Es lag ein Protest gegen prosaische gewalttätige militärische Gegenwart in solchen Geistesabenteuern. Eine Flucht aus der Zeit. Diesen Sinn, Flucht aus der Gegenwart, Sehnsucht nach schönerer Vergangenheit, Traumverlorenheit, sich versenken in die Tiefen der Vorzeit und der Seele, Ungebundenheit, gab man ja auch nachmals dem Worte romantisch, durch welches man die dichterischen und Denktalente der Epoche vage zusammenfaßte. Und so klang der Ruf der Romantik, mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält, wunderbare Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Schön ist damals gedichtet worden, von Novales und Brentano und Arnim und Tieg. Durch sie entstand den Deutschen ein weiter geistiger Raum, ein Zaubergarten, in dem bis in die Mitte des Jahrhunderts immer neue Gärtner sich mühten. Aber er war nicht von dieser Welt, der gesellschaftlichen politischen, und von ihm dürfte für unsere Zwecke eigentlich nicht die Rede sein. Dürfte nicht, wenn nicht selbst hier Verbindungen zum Politischen wären. Es war das deutsche Mittelalter, in das man sich versenkte, waren deutsche Lieder und Epen, die man neu herausgab, derart, welche Friedrich der Große noch als barbarisches Zeug höhnisch verworfen hatte. Friedrich wusste von keinem deutschen Vaterland. Görres und Arnim und Heinrich von Kleist, die waren nun Patrioten. Und was sie taten, so sublim es auch war und klang, verneinte Napoleons internationale Militärherrschaft. So konnte das, was zunächst eine Flucht aus der Gegenwart war, doch auch auf sie wirken und nachmals sehr mächtig wirken. So sehen wir Görres später als gewaltige nationalen Publizisten. Kleist als Politiker von scharfem Blick, aber kranker, selbst zerstörender Leidenschaft. Den stolzen, schönen Herrn von Arnim als Gründer einer christlichen Tafelrunde in Berlin, Gegner der steinschen Reformen, Gegner der Franzosen, Gegner der Juden sogar. Die Werkstatt des einzelnen lebendigen Geistes ist kein Schulbuch, da muss manches zusammenhausen, was sich zu schlagen scheint. In aufgeregten Zeiten wandeln die Schriftsteller sich schneller, stärker als in normalen, wenn es je normale Zeiten gab, und oft liegt das Bedenkliche nahe beim Edlen. So unschuldig, friedensliebend und weltbürgerlich, wie sie in den Tagen Cans gewesen waren, konnten die Deutschen nimmermehr bleiben. Gar zu grob hatte Napoleon sie gelehrt, was Macht sei und was der Lohn der Ohnmacht. Das Elend von Staat und Nation ließ sie zu Staat und Nation finden. Aber noch brachten sie ihre hohen Vorstellungen mit zu dem neuen Geschäft. Johann Gottlieb Fichte, dieser tiefe und steile Denker, dieser streitlustige, aber ergreifend redliche Mann ist dafür ein merkwürdiges Beispiel. Fichte glaubte an Mensch und Menschheit, auch wohl an Gott mit einem Ernst, wie nur wenige nicht mehr Christen ihn so bewiesen haben. Er glaubte an den Geist als den Schöpfer aller Dinge, die überhaupt nichts sind ohne ihn, an das Recht des Einzelnen, aus sich selber in Freiheit was Rechtes zu machen. Er glaubte auch anfangs an die Französische Revolution mit strenger Begeisterung. Vom Recht des Einzelnen gelangte er zum Staat, als dem allmächtigen Agenten, der allein es verbürgen konnte. Von da rasch zu dem, was man heute den totalen Staat nennt. Dem Staat als den unumschränkten Beherrscher der Erziehung des Wirtschaftslebens. Vom Machtstaat endlich zum Volk, zum Nationalstaat. In seinen Reden an die deutsche Nation, in Berlin zur Zeit der französischen Besetzung gehalten, tatfichte diesen Schritt. Noch immer war er der Idealist, noch immer sah er die Aufgabe der Nation als menschheitliche und als das letzte Ziel den Völkerbund. Aber die Medien des Weltgeistes waren ihm nun die Völker und das deutsche Volk vor und über allen anderen, weil es in einer verdorbenen Welt das einzig noch echte, ursprüngliche Volk sei. Das war Unsinn, das war nicht wahr. Fichte kannte die Welt nicht. Was er den Deutschen über ihre Weltaufgabe sagte, hatte er sich rein ausgedacht. Aber der gewaltige Rhetor machte tiefen Eindruck auf seine Hörer wie nachmals auf seine Leser. Noch die schalen frechen Redensarten vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen müsse, wie sie nach hundert Jahren im Schwange waren, sind späte Folgen des Werkes, Fichte und seine Gesinnungsfreunde begannen. Folgen, welche dieser unbeugsame Charakter gewiß zornig verworfen hätte. Andere waren weniger subtile Denker als Fichte und ihr Weg zum Nationalismus war weniger steil. Der Weg Ernst Moritz Ernst etwa, der gleichwohl ein braver Mann und guter Schriftsteller war. Wieder andere waren halbe Narren wie Friedrich Ludwig Jahn, der die Deutschtümelei ins fratzenhafte, widrige Trieb, mag auch in seiner Turnerei ein gesunder Kern gesteckt haben. Einer war groß als Erzähler und Dramatiker, aber krank, und krank wäre er wohl auch gewesen ohne Napoleon. Leicht gibt aber einer den Zeitläuften Schuld an dem Dämon, der in der eigenen Seele haust und überträgt den Selbsthass auf einen politischen Gegenstand. So hat Heinrich von Kleist den französischen Eroberer gehasst. Und so klang an die Deutschen sein gellender Ruf »Schlagt sie tot! Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht!« Der Kaiser in seiner fernen Hauptstadt tat weniger gegen diese Entwicklung zu einem deutschen Nationalismus hin, als man in unserem in ideologischer Kriegführung erfahrenem Zeitalter wohl erwarten würde. Er tat überhaupt nichts dagegen. Pariser Journalisten wurden strengstens gehalten, zu schreiben, was er wollte. Die deutschen Metaphysiker, die Kante und die deutschen Schwärmer, wie er sie nannte, ließ er gewähren. Solange er das praktisch Richtige, zeitgemäße tat, und das traute er sich zu, würden sie ihm nichts anhaben können. Lese und studiere Lust, meinte Josef Görres, sind nicht gehindert. Und die Regierung scheut keine andere Opposition als die materielle. Die Literatur betrachtet man schon lange als ein Spielwerk der Nation, das ihr zu entreißen, man nicht einmal den Versuch machen wird. Die Nationalität zu unterdrücken, ist nicht des Kaisers weise. Gerade, dass er keine echte Nationalität bei den Deutschen finden kann, hat ihn an diesem Volke irre gemacht. Solange sie nicht geradezu zur Rebellion aufforderten, mochte also Fichte Reden halten und Jahren seine Turner auf Wanderfahrten führen. Das in Napoleons Augen war nicht der Stoff, aus dem man politisches Schicksal machte. Das Reich, das Napoleon sich aufgebaut hatte, mit seinen annektierten Provinzen, seinen Neben- und Vizekönigtümern, seinen Satelliten und Zwangsverbündeten war eine Episode, die nimmermehr dauern konnte. Ein närrisches Nebenprodukt von Gelegenheiten, die es schufen und die es auch wieder zerstörten. Von ihnen war der englisch-französische Zweikampf bei weitem der gewichtigste. Weil England die schon vor dem revolutionären Frankreich erkämpften Grenzen, die Einverleibung Belgiens, die Unterwerfung Hollands nicht anerkennen wollte, dauerte der Zweikampf an. Weil es wieder und wieder Verbündete auf dem Kontinent fand, musste Napoleon diese niederringen, dann ihnen Bedingungen auferlegen, welche es ihnen unmöglich machen sollten, aufs Neue anzufangen. Also gerade solche Bedingungen, mit denen sie sich nicht versöhnen konnten, worauf er vergebens Frieden und Freundschaft mit ihnen suchte. Weil er die englische Wirtschaft treffen wollte, wo er die englische Macht direkt nicht treffen konnte, verschloss er der englischen Industrie die Märkte Europas. Zur Durchführung des unnatürlichen Programms glaubte er, die Küsten und Hafenstädte, Holland, Hamburg, Italien, Dalmatien, direkt kontrollieren und Frankreich einverleiben zu müssen. Die Kontinentalsperre, Quelle aller möglichen Gewalttaten, Gehässigkeiten, korrupten Gewohnheiten, schuf dem Kontinent viel mehr Leid als der Insel. So taten die Kriege, der österreich-französische von 1809, der spanische der nie endete und die Angespanntheit der Zwangsverbündeten zu ewiger Kriegsbereitschaft. Bei alledem hatte der Kaiser nicht das Bewusstsein, ein Unterdrücker der Völker zu sein. Er wollte sie nicht quälen und ausbeuten, am wenigsten das Deutsche, dem oder doch dessen Regenten er sich ehrlich befreundet und verpflichtet fühlte. Er glaubte, den Geist des Bürgertums zu kennen. Er gab moderne Einrichtungen oder ließ sie geben. Das, was bloße Episode war, das Reich, die Einigung Europas unter einem neuen Karl dem Großen, hielt er für das Bleibende Endgültige. Das, was ihm widerstand, der Volksaufruhr der Spanier, der Bannfluch des Papstes, das diplomatisch vorsichtige sich seinen Plänen Versagen, einmal Österreichs, einmal Russlands, der unter der Oberfläche des Gehorsams heimlich rollende Zorn der Deutschen, hielt er für bloße Ideologie, revolutionären Unsinn, ein lästiges Missverstehen dessen, worauf die Geschichte hinaus wollte. Und so, als er im Jahre 1812 die große Armee nach Russland führte, glaubte er wohl als guter Europäer seine notwendigste, allerletzte Kriegstat zu tun. Danach würde Friede sein. Auf das, was solch ein Mann in solcher Lage selber glaubt, kommt es geschichtlich wenig an. Es kann uns in diesem Zusammenhang auch auf die persönliche Leistung nicht ankommen, die man so oft bestaunt hat. Wie der eine Mensch den Gegenstand seiner selbstisch ausschweifenden Fantasie, Europa, durch seine Ordnanzoffiziere zusammenhielt, kommandierte zwischen Madrid und Moskau, Millionen Heere mobilisierte, ohne doch zu ihrer Hin- und Herbewegung Mittel zu besitzen, die nicht die Römer schon besessen hätten, und während er seine kühlen Sachbefehle diktierte, immer auch die Scheinwirkung, die Propaganda im Auge hatte. In seinem System war nichts stimmig, ein Riss und es zerriss an allen Enden. Woran er scheiterte? An England, an Russland, dem Volke dort, auch der Geografie, auch dem Klima, an der österreichischen Diplomatie, die im Sommer 1813 seine Niederlage entschied, an sich selber, der nichts konzidieren, nach einem Wort des Österreichers Metternich, sich nicht retten lassen wollte, da Österreich ihn doch gern mit einem blauen Auge hätte davon kommen lassen, wenn er nur freiwillig auf seine Herrschaft über Deutschland, Italien und Spanien verzichtete. Schließlich auch an Deutschland. Auf deutschem Boden geschah sein Zusammenbruch. In der Entscheidungsschlacht Leipzig gaben preußische und österreichische Truppen den Ausschlag. Trotzdem hat im Befreiungskrieg Deutschland keine ernste Rolle gespielt. Es war ein europäisches, ein vor allem englisch-russisches Koalitionsunternehmen. Napoleons Katastrophe in Russland war der unabdingbare Anfang davon. Der nächste entscheidende Entschluss der des Zaren, den Hier allerdings war der Rat des großen deutschen Immigranten am Zarenhof des Freiherrn vom Stein mit im Spiel. Und die Konvention von Tauroggen, durch die ein der französischen Armee beigeordnetes preußisches Hilfskorps unter General York sich neutral erklärte, die Erhebung Ostpreußens, das allmähliche Hinübergleiten Preußens ins russische Lager, das sind wesentliche Glieder in der Kette. Danach gewann bloße Diplomatie wieder die Oberhand. In Preußen östlich der Elbe war Begeisterung, hier mag man von einer Volkserhebung sprechen. Österreich trat der Allianz kühl rechnend bei. Eben um mit dabei zu sein, Herr der Situation zu bleiben, die Dinge nicht zu einer wirklichen Umwälzung, wie die Patrioten im Umkreis des Freihand vom Stein sie wohl wünschten, ausarten zu lassen. Die Rheinbund Staaten hielten es mit Napoleon bis unmittelbar vor der Schlacht von Leipzig oder danach. Dann, gern oder ungern, machten sie einen würdigen Übergang ins Lager der Sieger, wo sie uneingedenk ihrer sündenreichen Geschichte höflich aufgenommen wurden. Man brauchte einander und hatte sich am Ende gleich viel oder gleich wenig vorzuwerfen. Über diese ruhige, mit spanischer oder russischer Volkswut nicht zu vergleichende Haltung der Deutschen, selbst noch während der Krise von Napoleons Todeskampf, haben nicht-deutsche Geschichtsschreiber sich gelegentlich mit Spott geäußert. Es ist aber den Leuten schwer, Recht zu machen. Wäre die Nation wirklich dem Ruf Heinrich von Kleist gefolgt, schlagt sie tot, das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht, so würde man echt-deutsche Barbarei und Tücke finden, wo man so echt-deutsche Zahmheit und Bürgergehorsam findet. Das preußische Heer bewährte sich gut. Dass es jetzt ein bürgerliches Heer war, ein Volksheer, die große Reservearmee der Landwehr, dass auch Freiwillige ihm zuströmten, neue Lieder des Vaterlands Stolzes und Fremdenhasses erklangen, dass man gegen den Unterdrücker, den Gott sei bei uns, zu Felde zog, wenn auch verspätet, wenn auch durch Diplomatie und Gewohnheit des Gehorsams in Schranken gehalten, dies gab dem Krieg von 1813-14 einen neuen Charakter. Der Orden vom Eisernen Kreuz symbolisierte ihn. Es war ein Abenteuer, welches die Fantasie spornte, der winterliche Marsch über den Rhein nach Frankreich hinein unter der spektakulären Führergestalt des alten Marschalls Blücher und Napoleons Gegenwehr bis zuletzt gegen gnadenlose Übermacht, seine unglaubliche Rückkehr von Elba, das letzte Gottesgericht, wie man es in Deutschland wohl empfand, die Schlacht von Waterloo, welche von den Preußen entschieden wurde, steigerten das Bewusstsein, mitzuwirken bei einem großen Weltendrama, das nationale Selbstgefühl. Zwischen dem, was die Patrioten wollten, die führenden Köpfe der preußischen Armee, der Freiherr vom Stein und seine Publizisten und dem, was die Diplomaten verwirklichten, bestand ein Gegensatz. Er stellte sich immer klarer heraus, je näher der Tag des Endsieges kam. Stein, Görres, Arndt und die vielen, welche die neue Zweitagszeitung rheinischer Merkur begeistert lasen, wollten ein großes deutsches Reich mit einem Kaiser an der Spitze und mit ständischen Institutionen. Die Rheinbund-Fürsten, den Bayern, den Sachsen, den Württemberger hätten sie nur zu gern davongejagt. Auch forderten sie die exemplarische Bestrafung Frankreichs, dem man mindestens die früheren Reichsländer Elsass und Lothringen wegnehmen, noch besser aber durch die allerhärtesten Bedingungen, die Lust zum Kriege ein für allemal austreiben sollte. Die Diplomatie wollte das nicht. Nicht der kühle Staatskünstler, da jetzt die österreichische Außenpolitik mit Meisterschaft leitete, Clemens Metternich, nicht die süddeutschen Regenten, nicht einmal der preußische Minister Hardenberg. Diese alle sahen weder die Wünschbarkeit noch die Möglichkeit eines Reiches ein und wollten die französische Revolution nicht durch eine deutsche vollenden. Die Ordnung, welche sie aus dem Zusammenbruch von Napoleons System hervorgehen ließen, hat man Wiederherstellung, Restauration genannt. Das war sie im Grunde nicht, wie denn Restaurationen bei näherem Zusehen meist nur scheinbar sind. Dass einige der von Napoleon vertriebenen Fürsten, nicht alle, auf ihre Throne zurückkehren durften, schuf die gesellschaftlichen Veränderungen der Revolutionszeit nicht aus der Welt und nicht einmal die diplomatischen. Auf dem Wiener Kongress von 1815 wurde nicht das vor napoleonische Europa wiederhergestellt. Das napoleonische Europa wurde dort aufgeteilt, so dass, wo in Italien Frankreich geherrscht hatte, jetzt Österreich herrschte, wo am Rhein Frankreich geherrscht hatte, jetzt Preußen herrschte, wo in Polen Frankreich geherrscht hatte, jetzt Russland herrschte. Immer war geteilt worden, aber der, der sich 20 Jahre lang den Löwenanteil genommen hatte, musste nun alles herausgeben und der Löwenanteil wurde verteilt, damit ein Gleichgewicht der Kräfte entstünde. Napoleon, der die wahren Kriegsziele seiner Gegner früh durchschaute, hatte von seinem Standpunkt aus wohl Grund, sich darüber zu entrüsten. Sie gaben vor, für das Recht zu kämpfen, gegen den großen Rechtsbrecher, wollten aber sein System auf ihre Weise fortsetzen und den Vorteil davon haben. Zu den Bedingungen von vor 1792 konnte man weder zurückkehren, noch konnten jetzt demokratische Nationalstaaten, Deutschland, Italien, entstehen. Dazu hätten Preußen und Österreich sich selber abschaffen müssen. Dazu wäre eine innere Bewegung von jakobinischer Energie und Masse notwendig gewesen. Die gab es nicht. Enttäuschte, zornige Patrioten gab es wohl und Literaten von großer Wirkungskraft unter ihnen, aber keine Volksbewegung lieh ihrer Sehnsucht wirkende Macht. Nicht nur triumphierten die alten Teilmächte an ihrer Spitze Österreich und Preußen noch einmal, sie brauchten praktisch nichts zu tun, um die enttäuschten Nationalisten zu unterdrücken, sie brauchten nur ihrerseits zu handeln und vollzogene Tatsachen zu schaffen, diskret, diplomatisch und kühl. Das Resultat war, dass die deutschen Staaten so bestehen blieben, wie Napoleon sie gemacht hatte. Die Fürstenrevolution von 1801 bis 1806 wurde weder rückgängig gemacht, noch weiter betrieben. Wenn Deutschland bei Napoleons Fall ein Staat, eine nationale Republik, eine Demokratie geworden wäre, das wäre vorzüglich gewesen. Das 19. Jahrhundert hätte dann einen anderen Verlauf genommen und wir wären heute nicht, wo wir sind. Von verpassten Möglichkeiten kann man aber sinnvoll nur da sprechen, wo die Möglichkeit echt, die Kräfte zu ihrer Verwirklichung vorhanden waren. Das war 1815 in Deutschland nicht der Fall, so wenig es in Italien der Fall war. Weil aber die jüngste Zeit gelehrt hatte, wie leicht ein gegen sich selbst zerfallenes Deutschland zur Versuchung für seine Nachbarn zum Schlachtfeld, zum Schauplatz der Unterdrückung werden konnte, auch wohl, weil man den Nationalisten einen kleinen Gefallen tun zu müssen glaubte, wurde in Wien der Deutsche Bund geschaffen. Der war immerhin passender geplant als das Alte Reich, bei dem von Plan und Zweck gar nicht hatte die Rede sein können. Was 1806 aufgelöst wurde, war ein überaus schlecht organisierter, mit allerlei irrationalem, veraltetem Plunder belasteter Bund deutscher Staaten. Was 1815 wiedererstand, war ein besser organisierter Bund deutscher Staaten, der die wirklichen Verhältnisse in seine Verfassung hineinnahm, anstatt sie unter Fiktionen zu verbergen. Daher war er für die Erhaltung nicht bloß der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands, sondern ausdrücklich auch der Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen deutschen Staaten bestimmt. Was der Sachlage entsprach. Es sollte einen Bundestag in Frankfurt geben, der alten Krönungsstadt und wiederhergestellten freien Stadt, von den Regierungen durch ihre Gesandten beschickt und so eingerichtet, dass weder die beiden größten Staaten die kleineren sollten überstimmen können, noch umgekehrt die kleinen die großen. Der Bundestag sollte über eine gemeinsame Wirtschafts- und Zollpolitik, Angleichungen des Rechtswesens, gemeinsame Organisation der Verteidigung beschließen können, wenn es ihm beliebte. Für die innere Regierungsform, die politischen Rechte der Bürger, wurden den Mitgliedsstaaten in der Bundesakte Ratschläge von nicht ganz eindeutig bindender Kraft gemacht. Souverän waren diese Mitgliedsstaaten jetzt. Aber tatsächlich waren sie in den kommenden Jahrzehnten bundestreuer, als sie im 18. Jahrhundert reichstreu gewesen waren. Die Bundesverfassung entsprach ihrem Interesse, ihren Gesinnungen. Die Gleichung zwischen dem Geschriebenen und dem Wirklichen stimmte. Eine Zeit lang. Einige innerdeutsche territoriale Veränderungen waren dem Verfassungswerk vorausgegangen. Nur eine einzige großen Stil ist eigentlich, die in unserem Zusammenhang erwähnenswert ist, die Neuformierung des preußischen Staates. Weil der Sieger von 1812 der Befreier Europas, der russische Zar, Polen haben wollte und wohl haben wollen musste, so hatte Preußen auf seinen polnischen Beuteanteil von 1795 noch einmal zu verzichten. Da es als Siegermacht über wenigstens so viele Seelen gebieten sollte wie vor 1806, so hatte man ihm in Deutschland Ersatz zu finden. Da das Rheinland nicht bei Frankreich bleiben durfte, aber auch wohl nicht zu seiner vorrevolutionären, gar zu veralteten Verfassung zurückkehren konnte, so wurde den Rheinländern kurz und bündig mitgeteilt, dass sie von nun an Preußen seien. Die gleiche Benachrichtigung erhielten die Einwohner des westlichen Teiles von Sachsen. Beide Vergrößerungen, die preußische Rheinprovinz und die preußische Provinz Sachsen, haben aus Preußen erst eigentlich einen überwiegend deutschen, quer durch ganz Deutschland liegenden, tief nach Süden ausgreifenden Staat gemacht und ihm so das Präsidium über die deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert in die Hände gespielt. Ob das schon 1814 hätte vorausgesehen werden können und sollen, ist schwer zu sagen. Ein paar Kassandren sahen es voraus. 1814 galt es aber nicht, Deutschland vor Preußen oder Europa vor Deutschland, sondern Deutschland und Europa vor einer Erneuerung des französisch- revolutionären Angriffs zu schützen. Dem dienten ein starkes Königreich der Niederlande, die Vereinigung Belgiens mit Holland und ein starkes Preußen am Rhein. Nachträglich mag man leicht prophezeien und den handelnden Diplomaten ihre Fehler beweisen. Diese im Drang der Gegenwart haben es schwerer. Richtig können sie es auf die Dauer niemals machen. Irgendwann irgendwie entstehen dem, was sie entschieden, doch immer unwillkommene Folgen. Besonders schwierig ist die Lage nach dem Sieg von Alliierten über einen feindlichen Eroberer. Bauen sie die neue Ordnung entschieden gegen den Besiegten auf, um eine Erneuerung der Gefahr von dieser Seite vorzubeugen, so wirft man ihnen nachmals vor, sie hätten doch sehen müssen, dass nun die Drohung von einer ganz anderen Seite kam. Wenden sie sich aber als bald gegen die neue Gefahr, so werden sie dem Vorwurf nicht entgehen, die große Allianz, die Menschheit hätte dauernd befrieden und beglücken können, gleich nach Erreichung ihres ersten, dürftigsten Zweckes aufgelöst und verraten zu haben. Der Länderschacher, der auf dem Wiener Friedenskongress betrieben wurde, ist später der Gegenstand liberalen Abscheus geworden. Die Völker hieß es, wurden nicht gefragt, bevor man ihre Staaten zerteilte und Landverlust durch Landgewinn kompensierte. Spätere Erfahrungen haben uns dann gelehrt, dass Volksbefragungen kein unbedingt zuverlässiges Mittel zum Ziehen von Grenzen oder Gründen von Staaten sind und Volksaustreibungen noch weniger. Die Methoden von 1815 kommen nicht zu schlecht weg, wenn man sie mit den Künstlichen von 1919 und den Barbarischen von 1945 vergleicht. 1815 wurde kein Volk befragt, zu welchem Staat es gehören wollte, aber es wurde auch keines ausgetrieben. Befragt wurden die Interessen des europäischen wie des innerdeutschen Gleichgewichts oder Friedens. Und schließlich gab es andere Wege als propagandagefälschte Plebiszite, um die Gesinnung der Menschen ins Gewicht fallen zu lassen. Für die Mehrzahl erwiesen die neuen Staatszugehörigkeiten sich als wohltätig oder gleichgültig. Für eine Minderheit später als ärgerlich oder kaum erträglich. Das Letztere hatten die Friedensmacher von 1815 nicht vorgesehen und keine Revision ihres Werkes. Es war statisch und vernünftig gedacht, nicht dynamisch und geschichtlich. Nach langer böser Unordnung wollten sie endlich dauernde Ordnung haben, wäre es selbst eine solche, die nicht alle befriedigte. Wozu man sagen muss, dass unsere Welt wohl auch nicht so ist, dass irgendeine Ordnung alle immer ganz befriedigen könnte. Unter den drei deutschen Staatsprinzipien, dem österreichischen, dem preußischen und dem dritten mittelstaatlichen reinbündischen ging das preußische als das volksnaheste, populärste aus der Katastrophe Napoleons hervor. Das ist insofern merkwürdig, als die längste Zeit, nämlich bis 1809, keineswegs Preußen, sondern Österreich das Herz des germanischen Widerstandes gegen Napoleon gewesen war und auf das alte Reichserbe den gültigsten Anspruch erheben konnte. Entscheidend war aber zunächst nicht die längste Zeit, sondern der Eindruck der letzten Jüngsten. Das, was im Befreiungskrieg begeisternd wirkte, trug preußische, nicht österreichische Farben. Die preußischen Armeeführer überschatteten den diplomatisierenden österreichischen Generalissimus. Freiherr vom Stein selber, wiewohl er jetzt im Grunde staatenlos war und blieb, hatte doch einmal zu guter Stunde in preußischen Diensten gestanden. Das Hauptquartier der blücherschen sogenannten schlesischen Armee war auch das Hauptquartier der nationalen Schriftstellerei. Hier wurden die Forderungen nach einer groben Bestrafung Frankreichs nach dem Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze am kräftigsten erhoben. Es hat aber der preußische Staat von dieser rasch erworbenen Chance damals keinen Gebrauch gemacht. So wie Österreich seine europäischen Interessen weit über seine Deutschen stellte, auf den Wiedererwerb ehemaliger deutscher Angelegenheiten waltete, so gebärdete das offizielle Preußen sich als Staat, nicht als Teil oder Anführer der deutschen Nation und überwarf sich schnell mit den Teutomanen, welche auf es gesetzt hatten. Die Vorbedingung für Erfolg und bare Existenz des Deutschen Bundes war, dass Österreich und Preußen sich als zwei europäische Staaten vertrügen. Eine stillschweigende Übereinkunft, zu der im Jahre 1815 die preußische so gut wie die österreichische Staatsleitung stammt. Die Erinnerung an das, was der preußische Staat eine kurze Zeit geleistet und versprochen hatte, ist aber nie ganz gestorben und unter tief veränderten Zeitumständen wieder aufgelebt. Sie verband sich dann mit der Legende, dass man 1814 um eine große Hoffnung betrogen worden sei und nachgeholt werden müsste, was damals versäumt worden. Kein neues Prinzip siegt je ganz und mit einem Schlag. Immer muss die Welt sich gleichzeitig mehrerlei Tendenzen, mehrerlei Wirklichkeiten und Träume gefallen lassen. Wer möchte auch in einer Epoche leben, in der alles nach einem einzigen Gedanken ausgerichtet, alles über einen Kamm geschoren wäre? Die französische Revolution bedeutete den Durchbruch neuer Bestrebungen, die nun nicht wieder zur Ruhe kamen. Die Liberale, die demokratische, die nationalistische. Keine dieser Bestrebungen besitzt eine feste in sich selbst gleiche Wesenheit. Eben das hatten die zweieinhalb Jahrzehnte seit 1789 gelehrt. Der Liberale fordert die Freiheit des Einzelnen, sich sein Leben unbehindert von Einmischungen des Staates zu gestalten. Diese Forderung klingt gut, wird aber jederzeit an Grenzen stoßen, die einmal weiter, einmal enger gezogen sind. Der Demokrat fordert die Gleichheit aller und die Herrschaft der Mehrheit, aus der er etwas sein Recht in sich selber Tragendes, nahezu Heiliges macht. Ein so sicheres Medium zum Finden des wahren Guten ist aber die Mehrheit nicht. Demokratie und Liberalismus mäßigen sich wechselseitig. Das liberale Prinzip, dem demokratischen zugesetzt, bedeutet Schutz der Minderheit gegenüber der Mehrheit und Schutz des Einzelnen vor dem Zugriff des Staates. Das demokratische Prinzip, dem Liberalen zugesetzt, bedeutet Schutz der Mehrheit gegenüber dem zu starken oder erfolgreichen, das Gemeinwohl nicht achtenden Einzelnen. Desgleichen können beide Prinzipien einander erschlagen. Hinter liberalen Schlagworten verbirgt sich leicht die Herrschaft zahlenmäßig geringer, wirtschaftlich überstarker Gruppen. Hinter der Regierung durch die Mehrheit leicht die Tyrannei eines einzigen Willenszentrums, Wohlfahrtsausschusses, Diktators, dem die Massen sich anvertrauen. Besonders ist das demokratische Militärwesen antiliberal. Zunächst, weil es jeden zwingt zu tun, was nur die wenigsten tun wollen, dann, weil es dem ganzen Staat ein militärisches Gepräge gibt und Volkserziehung, Wissenschaftsbetrieb, Wirtschaftspolitik dem militärischen Interesse in steigendem Maße unterwirft. Das Prinzip des Nationalstaates war als ein gerechtes, älteren, kosmopolitischen Friedenshoffnungen nicht zuwideres, sondern sie im Gegenteil stärkendes gemeint. Völker würden einander nicht antun, was Despoten sich angetan hatten. Das nationale Selbstbestimmungsrecht des einen würde das Selbstbestimmungsrecht des anderen demokratischen Frieden zwischen beiden und über allen bedeuten. Die Erfahrung des Revolutionszeitalters war aber enttäuschend. Der demokratisierte, militarisierte Nationalstaat erwies sich als Machtstaat nach innen und außen. Er konnte die Grundsätze Machiavellis so gut anwenden, wie je ein absoluter Fürst gekonnt hatte und besser, mit reinerem Gewissen und größerer Durchschlagskraft. Dies war der Lehrgang des napoleonischen Zeitalters. Ein erster, konzentrierter Lehrgang dessen, was im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts oft gelernt und repetiert werden musste. Er hatte die neuen Ideen nicht erschöpft. Sie waren nun da und mächtig und blieben mächtig. Aber es war kein Verlass auf sie. Nicht auf dem Papier, weil jede von ihnen zu Ende gedacht, sich selber aufhob und zum Absurden führte. Nicht in der Wirklichkeit, weil Ideen in ihrer Verwirklichung von Menschen abhängen und weil auf Menschen kein Verlass ist. Sie machen aus den Ideen, was ihnen beliebt oder im Drang der Umstände passend erscheint. Obgleich nun der Wiener Kongress 25 Jahre nach den Anfängen der Französischen Revolution stattfand, war sein Geist vorrevolutionär. Er war eine Zusammenkunft des alten Europa, nachdem ein Neues sich bereits überlaut vorgestellt hatte. In Wien war nicht von Volkssouveränität die Rede, sondern von legitimen Monarchien, wie wenig legitim auch die Zustände waren, die man wohl oder übel übernommen hatte. Nicht von Nationen, sondern von Staaten, die alle mehr oder weniger dieselbe Gesellschaft repräsentierten. Nicht von Nationalem, sondern von europäischem Interesse. Der Deutsche Bund war ein vornehmes Produkt dieses Geistes. Seine Verfassung ein Kapitel der Kongressakte, die selber etwas wie eine europäische Verfassung darstellen sollte. Deutschland war also wieder, wie in der alten Zeit, ein Bestandteil Europas, vornehmer als die anderen, weil auf mannigfache Weise mit fremden Geschicken verflochten und als Herzstück Europas anerkannt. Es war auch weniger als die anderen, weil nicht als Nationalstaat mit der vollen Schlagkraft eines solchen existierend. Fremde Potentaten waren Mitglieder des Bundes. Der König von England für sein deutsches Königreich Hannover, der König von Dänemark für Holstein, der König der Niederlande für Luxemburg. Umgekehrt waren deutsche Potentaten nicht für alle ihre Besitzungen Mitglieder. Der König von Preußen nicht für Ostpreußen und Posen, der Kaiser von Österreich nicht für Italien und für Ungarn. Die formale Isolierung konnte aber nicht hindern, dass polnische wie italienische Schicksale mit den Deutschen eng verbunden waren. Polen blieb geteilt zwischen Russland, Preußen und Österreich. Österreich, das dem Bundestag präsidierte, war die Vormacht in Süddeutschland wie in Italien. Wenn zur nationalen Existenz die Trennung von anderen Nationen gehört, so war den Deutschen eine solche Trennung und Selbstverwirklichung auch diesmal nicht gelungen. Der Deutsche Bund war immer noch ein europäischer. Sein Zweck die Bewahrung des europäischen wie des innerdeutschen Gleichgewichts. Stärkeres sollte er gar nicht leisten. Man muss, schrieb Wilhelm von Humboldt, auf keine Weise den wahren und eigentlichen Zweck des Deutschen Bundes vergessen, insofern er mit der europäischen Politik zusammenhängt. Sein Zweck ist Sicherung der Ruhe. Das ganze Dasein des Bundes ist mithin auf Erhaltung des Gleichgewichts durch innewohnende Schwerkraft berechnet. Diesen würde nun durchaus entgegen gearbeitet, wenn in der Reihe der europäischen Staaten außer den größeren Deutschen einzeln genommen, noch ein neuer Kollektiver in einer nicht durch gestörtes Gleichgewicht aufgeregten, sondern gleichsam willkürlichen Tätigkeit eingeführt würde. Niemand könnte dann hindern, dass Deutschland als Deutschland auch ein erobernder Staat würde, was kein guter Deutscher wollen kann, da man bis jetzt wohl weiß, welche bedeutenden Vorzüge in geistiger und wissenschaftlicher Bildung die deutsche Nation, solange sie keine politische Richtung nach außen hatte, erreicht hat, aber es noch nicht ausgemacht ist, wie eine solche Richtung auch in dieser Rücksicht wirken würde. Das war die Idee. Deutschland war zu groß und reich in seiner Mannigfaltigkeit, um ein Staat zu werden wie die anderen. Als geeinte Macht würde es zu groß sein für die anderen Mächte und zu mächtig für sein eigenes Glück. Aber es konnte etwas Besseres sein, Treuhänder Europas, unangreifbar und dennoch ungefürchtet, geeint zur Verteidigung, ungeeignet zu Expansion, vielfältig und zufrieden, der Wissenschaft, der Bildung und Kultur ergeben. Ein schöner Gedanke, aber auch ein künstlicher Gedanke, kunstvoll ausgedrückt. Ein Ein durchaus statischer, ordnungserhaltender Gedanke, mit dem man die Menschen weder aufwiegeln noch begeistern konnte. Trat man ein in ein Zeitalter der Ruhe, und dies war die Absicht der Friedensmacher, so war er gut. Trat man aber ein in ein dynamisch vereinfachendes Zeitalter, so würde man einen schweren Stand mit ihm haben. Der Mann, der den Deutschen nun auf das Nachdrücklichste sagte, in welchem Zeitalter sie lebten, war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Er zwang in seinem Geist zusammen alles, was damals erfahren und gedacht wurde, alles, was überhaupt je gedacht worden war. Dies kunstvoll gewalttätige Denkgebilde, das hegelsche System, ist nachher wieder zerfallen, aber die einzelnen Gedanken und Lehrstücke konnten nie wieder sein, was sie vor ihm waren, blieben geformt und getönt, wie Hegel sie hinterlassen hatte. So wie die politische Geschichte der Zeit durch Napoleon geht, so geht die geistige Geschichte der Zeit durch Hegel. Er war nur ein Jahr jünger als Napoleon, aber brauchte länger, um zu werden, was er war. Hierzu braucht der geistige Mensch gewöhnlich länger als der Mann des Schwertes. Zudem machte Napoleon den deutschen Philosophen das Leben sauer. Hegel ernährte sich als Provinzredakteur und Schuldirektor, Indes der Kaiser über Europa waltete. Er kam zu Ehren erst, als es keine Schlachten Buetins und neuen Staatsgründungen mehr gab. Die Jahre seines gewaltigen Einflusses als Professor der Philosophie in Berlin sind sind die Anderthalb Jahrzehnte nach Napoleons Fall. Man könnte ihn insofern mehr als den Philosophen der Restauration denn als den der Napoleonischen Epoche ansehen. Nun, die Epochen fließen ineinander. Es gibt sie klar begrenzt ja nur in unserem Geist. Hegels Philosophie war reif und fertig als Napoleon fiel. Was er seitdem tat, war nur noch sie auszugestalten, auf verschiedene Wissensgebiete anzuwenden und neue Erfahrungen so gut es ging in sie hinein zu nehmen. Die Zeit des Ruhmes und der vollen Wirkung ist meist nicht die Zeit, in der der Mensch sein Wesentlichstes vollbringt. Württemberger von Geburt, Zögling der Tübinger Stiftschule begann Hegel als Theologe, Gottes sehnsüchtig und grüblerisch. Der Erfahrung der Einsamkeit, der Trennung, dass jeder für sich allein ein Ganzes sein muss, dachte er nach mit leidendem Staunen. Aber dieser zarte schwäbische Gottsucher war gleichzeitig begabt mit einem harten Sinn für das Politische, für das, was ein Staat ist. Sein philosophisches Denken bildete er am Studium der deutschen Philosophie Kant's Fichtes Schellings. Seinem historischen politischen Sinn gaben die Zeitereignisse reichliche Nahrung. Aus beiden Quellen wie aus enormen Bildungskenntnissen, die er sich aneignete, entstand durch die gestaltende Macht seines schwer ringenden Genius die Hegel'sche Philosophie der Geschichte. Sie war ein unerhörter, nahezu verrückter, nahezu gelungener Versuch, alles zu beantworten, was je gefragt worden, und jeder Antwort, die bisher auf jede Frage gegeben worden war, einen geschichtlichen Platz innerhalb der eigenen großen endgültigen Antwort anzuweisen. Ein Versuch, das Sein aus dem Denken dialektisch heraus zu gebären, Idee und Wirklichkeit zu versöhnen, die Trennung zwischen Ich und Nicht-Ich zu überwinden. Von der Trennung, dem Fremdsein in der Welt ging Hegel aus. Was er fand, war die Identität von allen mit allem, Gottes mit der Welt, der Logik mit der Wirklichkeit, der Bewegung mit der Ruhe, der Notwendigkeit mit der Freiheit. Der Weltgeist ist überall, in der Natur, im Menschen, in der Geschichte des Menschen. Der Geist, in der Natur sich entfremdet, kommt im Menschen zu sich selbst. Dieser Prozess findet einerseits in der wirklichen Geschichte der Völker und Staaten statt, andererseits in der Kunst, der Religion, der Philosophie. Alle diese Bereiche entsprechen einander. Man leistet in jedem Einzelnen, was zum Ganzen gehört, mit ihm zusammen stimmt, oder man leistet gar nichts. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin ein Jedes der Sohn seiner Zeit. So ist auch die Philosophie ihrer Zeit in Gedanken ausgedrückt. Wer, was seine Zeit will, ausdrückt, ihr sagt und vollbringt, ist der große Mann seiner Zeit. Alle Gegenwart ist jeweils ein Ganzes, so wie die Geschichte der Menschheit ein in seinen Linien erkennbares Ganzes ist. Sie artikuliert sich in Völkern, Staaten, Kulturen, von denen die Westeuropäische oder wie Hegel sie nennt, die Germanische, die Höchste bisher Erreichte ist. Werden noch Höhere kommen? Hierüber schweigt der Philosoph. Man kann nur die Vergangenheit verstehen und die Gegenwart, insofern sie das Endprodukt aller Vergangenheiten ist, welche in ihr aufgehoben sind. Die Zukunft kann man nicht erforschen, nicht verstehen. Es gibt sie für den Geist nicht. Kein anderer geschichtlicher Denker hat sich so wenig um die Zukunft gekümmert wie Hegel. Nur so viel deutete er an oder ergab sich aus seiner Lehre, dass sie etwas von der Vergangenheit ganz Verschiedenes sein werde. Denn Philosophie kommt spät, sie kommt am Ende einer Epoche. Sie kommt nicht, um zu verändern, zu verbessern, sondern nur noch, um zu verstehen und auszusprechen. Sie baut im Reich des Geistes, was im Reich des Wirklichen bereits gebaut wurde. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden und durch Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Das gilt für alle echte Philosophie und ist am gültigsten für die Philosophie aller Philosophien eben die Hegel'sche, welche die Epoche aller Epochen abschließt das Zeitalter des Protestantismus, der Aufklärung, der Revolution. Was danach noch kommen würde? Hegel zuckte trübe die Achseln bei dieser Frage. Vielleicht Amerika, vielleicht Russland, vielleicht gar nichts. Seine Philosophie beantwortete das nicht, konnte ihrer Anlage nach nicht den schwächsten Versuch einer Antwort wagen. Der Geist ist wesentlich itzt. In dieser Philosophie der Vollendung, diesem hohen Lied vom Menschen Gott, ist dennoch ein Element des Pessimismus verborgen. Es wird seit 1815 nichts mehr erwartet. Wenn aber Hegels Philosophie als Ganzes Ruhe, Vollendung, Ende ist, so tobt es doch innerhalb ihrer von ständiger Unruhe und Kampf. So im Reich des Geistes, so im Reich der Wirklichkeit. Nie ist der Geist mit dem schon Erreichten zufrieden, immer treibt es ihn zu neuen Widersprüchen, muss erringen, sich neu zu finden und auszudrücken. Nie kommen die Staaten die Völker zur Ruhe, eines trifft auf das andere, muss schließlich dem anderen weichen. Der Weltgeist schreitet in Katastrophen vorwärts. Verbrauchte, Verhalten bezeichnen seine Bahn. Ruhe ist hier Scheinruhe, Stille vor neuem Sturm. Als bloße Ruhe interessiert sie den Historiker nicht. Die Epochen des Glücks sind in der Weltgeschichte leere Blätter. Die Geschichte ist nicht für das Glück, die idyllische Zufriedenheit des Einzelnen da. Das Ziel ist groß, die Versöhnung aller Widersprüche, die vollendete Gerechtigkeit, das höchste Wissen, die verwirklichte Vernunft auf Erden, die Gegenwart Gottes. Der Weg ist Anstrengung und immer erneute Verwirrung. Aber geschehen konnte nur das, was geschah, und so wie es geschah, war es recht. Es war wohl furchtbar, furchtbar der Aufbau des Römerreiches, furchtbar sein Zerfall, aber es hatte doch alles einen Zweck und ging alles mit rechten Dingen zu. Julius Cäsar wurde ermordet, nachdem er getan hatte, was die Zeit von ihm wollte. Das Römerreich zerfiel, nachdem es seine historischen Aufgaben erfüllt hatte. Wie andernfalls hätte es fallen können? Unnütz, über die Abgründe der Geschichte zu jammern, die Verbrechen der Macht, die Leiden der Guten. Der Weltgeist behält Recht, seinem Willen wird pariert, sein Zweck erfüllt. Was fragt er nach Glück und Unglück der Individuen. Was wirklich ist, das ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. Wenn es aufhört, vernünftig zu sein, wenn der Geist in seinem Lauf schon darüber hinaus ist, nun, dann wird es absterben und untergehen. Und mag dann freilich sein Schicksal nicht verstehen, weil der Einzelne sich gern überschätzt und glaubt, die Geschichte habe sich um ihn gedreht. Der Philosoph, der in der bunten Rinde des Geschehens den Kern erkennt, wird das Verstehen nachtragen. Die Macht und das, was Macht schafft und vergrößert, der Krieg, sind aus alledem nicht wegzulassen. Der Mensch findet seine Verwirklichung nur im Staat und Staat ist nur, wo Macht zur Verteidigung und zum Angriff ist. Die Macht gibt Recht. Es ist nicht anzunehmen. Es ist buchstäblich unmöglich, dass der Staat gewinnen wird, auf dessen Seite das Recht nicht ist. Was für ein Recht? Nun, nicht ein überall gültiges, blasses, von stoischen Philosophen ausgehecktes, sondern eben das historische Recht, die Überlegenheit des historischen Auftrags. So waren die Spanier im Recht gegenüber den Peruanern, trotz aller ihrer Grausamkeit und Hinterlist. So war Napoleon im veralteten Deutschen Reich. So war aber auch später das alliierte Europa im Recht gegenüber Napoleon. Denn beschloss der Professor nach langem Staunen in seiner Studierstube nur dadurch, dass der übermütige, nun seinerseits veraltete Kaiser den Alliierten das Recht gab, ihn zu besiegen und sich schuldig machte, konnte er besiegt werden. Der Erfolg, der Ausgang geben Recht in der Macht liegt Wahrheit. Als Anfänger hatte Hegel geschrieben, so töricht sind die Menschen über ihren idealischen Gesichten der uneigennützigen Rechnung von Gewissens und politischer Freiheit und in der inneren Hitze der Begeisterung die Wahrheit, die in der Macht liegt, zu übersehen. Es sind die Menschenfreunde und Moralisten, welche die Politik als ein Bestreben und eine Kunst verschreien, den eigenen Nutzen auf Kosten des Rechts zu suchen, als ein System und Werk der Ungerechtigkeit. Und das kannegießernde unparteiische Publikum, das heißt eine Interesse und vaterlandslose Menge, deren Ideal von Ruhe die Bierschenke ist, klagt die Politik einer Unsicherheit in Treue und einer rechtlosen Unstetigkeit an. Die Interessen des Staates seien aber die Kraft, die erst bestimmt was Recht ist. So Hegel, als er dreißig war. Und dabei ist auch der Sechzig Jährige geblieben. Noch in seiner späten Rechtsphilosophie macht er sich über die Pazifisten lustig. Trotzdem finden Kriege, wo sie in der Natur der Dinge liegen, statt. Die Staaten schießen wieder auf und das Gerede verstummt vor den ernsten Wiederholungen der Geschichte. All das war mit einer ursprünglichen Kraft und Tiefe entwickelt, mit einem Reichtum an Gestalten illustriert, mit einer schöpferisch ringenden Gewalt der Sprache vorgetragen, wie sie deutsche Philosophie seither nicht wieder erreichte. Es war nicht eng, sondern weltweit, eine in zwanzig Bänden verwirklichte Geschichte der Menschheit in weltbürgerlicher Absicht, zu der Kant nur den Vorschlag unterbreitet hatte. Es war nicht antiliberal. Der Staat, den Hegel in seiner Philosophie des Rechtes entwarf, war ein Rechtsstaat, ein konstitutioneller, obgleich kein parlamentarischer Staat. Es war nicht zynisch, sondern von hohem Ernst nahm die Geschichte ernst den Menschen und seine Aufgabe. Es war der Toleranz der Menschlichkeit nicht feindlich. Wenn Hegel das Individuum, zumal das Große, seinem Weltgeist aufopferte, so hatte er doch den hellsten Sinn für individuelle Größe und Tragik. Wenn er den Einzelnen vor allem als Bürger, als Mitglied einer Gemeinschaft sah, so wollte er ihm doch auch seinen gesicherten privaten Bereich zu erkennen. Gegen die sentimentalen Egoisten, die unzuverlässigen, mit Gott und der Welt und Kunst nur spielenden Romantiker, gegen geistige Willkür und Spekulation höhnte er streng, aber eben, weil er solche Versuchungen am eigenen Leibe erfahren hatte. Von der Einsamkeit des Einzelnen im Wirbel des Alls war er ausgegangen. Und obgleich er endete bei der Verherrlichung des Staates, so lebt doch der ursprüngliche Sinn für die Spannung zwischen Ich und Welt, Ich und Du, noch in seinen gemeinschaftsbewussten Schriften. Sein Werk ist eines der überwundenen und aufbewahrten Gegensätze. Es ist das reichste, listenreichste, gewaltigste philosophische Kunstwerk, das je erbaut wurde. Auch das gefährlichste. Der große Professor maßte sich an, uns zu sagen, was die Welt sei, sie aus dem Nichts oder dem reinen Sein zu konstruieren, in einem System von Gleichungen, das gar nichts, weder Sterne noch Steine, keine Wissenschaft und keine Wirklichkeit auszulassen, versprach. Er maßte sich an, Ursprung, Hergang und Ziel der Geschichte zu verstehen. Der Philosoph wusste, was gespielt wurde. Die Spieler selber wussten es nicht. Missbrauchte Figürlein, arme Marionetten hingen sie an den Fäden, die der Weltgeist hielt und gestikulierten, wie er wollte, indessen sie sich einbildeten, ihrem eigenen Willen zu folgen. Für Hegel war alles stimmig. Ingrimmig bestätigend nickte er mit dem Kopf zu jeder Nachricht, die auf sein Pult flatterte. Wieder einmal war das notwendige und verständliche Geschehen. So ist seitdem oft gedacht worden von anmaßenden, gelehrten und quacksalbernden Propheten in Deutschland wie auch außerhalb. Sie taten freilich, was Hegel nicht tat, sie wandten ihre Doktrin auf die Zukunft an, deren unvermeidlichen Gang sie voraussagten. Sie waren kleiner als er, geringere, plumpere Genien zuerst, boshafte Literaten zuletzt. Das Laster aber, das sie übten, hat Hegel in die Welt gebracht. Er zuerst entdeckte, daß allen, die im Leben scheiterten, Recht geschah und es nicht schade um sie sei. Daß nur die oben bleiben sollten, welche die Forderungen des Weltgeistes erfüllten. Er zuerst erdreistete sich, zu verstehen, was immer geschah, es zu billigen, es mit allgemeinen Namen zu benennen, und das Wirkliche dem Begrifflichen gleichzusetzen. Er verteidigte die Macht und die Kunst, sie ruchlos zu üben, den Machiavellismus. Er verachtete die Moralisten, die jammernden Besserwisser, die Intellektuellen, die der Geschichte vorschrieben, wie sie hätte verlaufen sollen, anstatt im Wirklichen das Gute und Wahre zu erkennen. Zu ihnen hatte noch Kant gehört, wenn er traurig meinte, es ist nicht zu erwarten, dass Recht vor Macht gehen werde. Es soll so sein, aber es ist nicht so. Hegel verwarf diese Zweiheit und Verzweiflung und wiederum im höchsten Sinn nach schweren inneren Kämpfen. Aber wie leicht konnten andere die Geste übernehmen, die bei ihnen zur kalten Unverschämtheit wurde, ohne den lebendigen Genius Hegels. Er sprach viel von Freiheit, im bürgerlichen wie im philosophischen Sinn, vom bei sich selber sein des Geistes, von Versöhnung des Ideellen mit dem Wirklichen. Und mit alledem war es ihm ernst. Trotzdem half er denen, die nach ihm den Begriff der Freiheit verfälschten, wie schon vor ihm Rousseau getan. Denn da der Bürger seine Freiheit nur im Staat findet, dem Staat aber Mittel des Zwanges nicht fehlen dürfen, so findet man zuletzt Freiheit nur im Gezwungen sein. Der Verbrecher, schreibt Hegel, den die Todesstrafe trifft, erfährt dadurch nur seine Freiheit und Menschenehre. Es sind solche Spitzfindigkeiten der hegelschen Dialektik, die von späteren Sophisten, Deutschen und Nichtdeutschen gebraucht wurden, um die schlechtere Sache als die bessere erscheinen zu lassen und im Gewande der Staatsphilosophie unsinnige Gaukeleien Pfeil zu bieten. Mit Hegel auch kam das Bewusstsein in die deutsche Welt, dass immer Geschichte sei, dass man selber Geschichte erlebe und große Entscheidungen bevorstünden. Nicht durch Hegel allein. Hegels Geist wirkte ja wie eine Schleuse, durch die der ganze bewegte Strom des Denkens in seiner Zeit gezwungen wurde. Dass man in einer ungewöhnlichen Zeit lebte, hatte man schon im späten 18. Jahrhundert geglaubt. Aber damals hatte es sich um den einmaligen Schritt gehandelt, von einer mittelalterlich unvernünftigen in die vernünftig geordnete Welt. Jetzt war immer Krise. Jetzt hatte jede Zeit ihr eigenes Gesetz, um dessen Erfüllung sie rang, und so auch jedes Volk, jeder Volksgeist. Von hier aus ist die Geschichtswissenschaft gewaltig gefördert worden, die Seeweise, die jedes Produkt des Menschengeistes Staat, Recht, Sitte, Kultur aus seinen geschichtlichen Bedingungen heraus verstehen will. Dieser sogenannte Historismus hat sein Gutes und sein Gefährliches. Er trennt die Völker, deren jedem er einzigartige Existenz zuerkennt, wie auch das absolute Recht, sie durchzusetzen. Das überall Götige macht Platz dem nur relativen geschichtlich Bedingten. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Auch sein Gefährliches Diesen Zusatz werden wir gelegentlich der meisten Neuerungen, von denen unser Buch handelt, noch anbringen müssen. Der Mensch ist sich selber Freund und Feind. Noch aus dem höchsten und Bestgemeinten gewinnt er Mittel der Zerstörung. So unsicher sind alle seine Schöpfungen, dass es nur einer geringen Übertreibung, Steigerung, Verfälschung bedarf, um aus Rousseaus Lehre die Mordpraxis Robespierres zu machen oder aus Hegels Philosophie den nationalistischen Machtstaat. Soll man deswegen sagen, es wäre besser gewesen, wenn diese großen Denker nicht gelebt hätten? Wenn der Mensch nicht gefährlich lebte, was hätte er je zu Wege gebracht?